mach keinen scheiß jungen ich hoffe ihr habt noch kein bild nein natürlich bin tot toll von die lügen ich sehe alles schon alles ist gut ich muss mir noch mal den fleck zeigen da ist ein gebüsch jeden augenblick gleich na immer ruhig bleiben ich habe hier eine nachricht dass der chessman kein delay drin hat doch habe ich hundertprozentig habe ich einen delay drin guck noch mal nach und hier melden sich die leute gerade dass du keins hast ich guck nach ich verliere verbindung 180 sekunden absolut ist drin das ist auch schon wieder am essen verliert noch jemand verbindung nee nur du aber du läufst schön wie du da läufst was mit essen wie sich dein arsch bewegt alles gut hast du ein traum für die nacht womby ist es gerade gut hast du noch salina zufällig noch einen salin ich habe nur noch eins ja ich bin wieder drauf ich krieg irgendwie nichts gesteuert ich bin ich merke schon wie das gleich ich werde wahrscheinlich gleich auf das das abgreifen vom spiel zugreifen versuchen das spiel abzugreifen dann funktioniert das wieder nicht so wie gestern der choker moin moin schönes und da bist sag mal schnell los mein obs startet nicht na das startet schon aber das delay das dauert auch den start so lange ich habe gestern weil du auf start gedrückt hast dauert das drei minuten bis der angezeigt wird dass du streams ja muss wirklich muss wirklich deine 180 sekunden abwarten ja ich habe es eingestellt gucken ob das jetzt hier noch passiert das hat nicht beim ersten die wünschung geschoben damals damals 88 viermal neu gestartet weil ich dachte ist kaputt bei mir steht rechts unten 0 kilobits deswegen habe ich damals bei der obs viermal neu gestartet mich nervt es ich kenne es jetzt schon wieder zum glück habt ihr das nicht gesehen wie der womby nackt aussieht das kann sich ja keine angucken sie dich aus deine maus machte ich aber warum du hast vergessen die unterhose zu wechseln na toll brennstreifen sie du fehlt noch im haus jetzt ich komme gleich hoch ich bin hier ok ich bin da der opa mich oder ist der gemütet der opa spricht wahrscheinlich schon wieder fünf minuten wie immer kannst du mir auch mal eben zeigen wo ja sie viel erfolg dabei das war mal zu töten auch für 100 schieße ich den jetzt nicht ab so mein charakter hat sich gerade erst mal übergeben so ich gebe jetzt das passwort an den vip leuten auf achtet bitte jetzt drauf warte ja passwort geht jetzt an die vip wie viel jetzt drauf kommen kommen mehr das müsste jetzt mit uns wir sind ja zehn warte ich muss mal gucken wie viel wie viel wie ist das ich vertraue jetzt doch eine büchse weglassen sollen opa aber ich krieg einen mit dir glaubst du wohl selber nicht mit an du oller österreicher du ich mach noch ein bisschen stuhl tv ein bild kommt erst wenn es los geht balu und bis ich das jetzt bis du das hörst hast du das schon einmal noch mal da reingeschrieben in den chat bei mir sind die leute schon im delay schon alle weg fast wieder aber bilden sind gerade so langsam aber sicher ein steck mal deine wasser kurz weg mein gott sido ist hier drin oh mein gott das hier nicht rein das ist mein block dein block das ist mein block meines skylights ja das kannst du an mobbing was du hier machst ne das ist ein mobbing ist sido heißt sido nicht am tenis im relay ich glaub nicht ich glaub er ist anders meinst du? äh er ist dennis hab ich gehört hab ich gehört diskutieren wir jetzt über sido oder hab ich das missverstanden nein wir haben doch sido hier live wie sieht sie aus wie sido so jetzt mal eben die handtuch wer mag sido den können wir sofort raus schmeißeln jemand mag sido mögen nicht aber wir haben sido hier drin schmeiß den raus schmeiß den sofort raus hier bei mir vor mir vor mir renter vor mir da ist er alles sehr verwirrend der sido ähm der berlin auch der berlin auch der berlin auch der berlin auch ja fad moin schön dass du da bist was geht ab warte wieder eh nicht warte wieder eh nicht Luke ist noch nicht drauf. Einmal kurz warten. Die hat noch mal kurz Relog gemacht. An die Block-Gang hier bei mir. Wer schaut denn hinten raus? Ach, hat sie denn den Teddy schon abgelegt? Ich werde hinten raus schauen. Ich werde auch raus gehen. Ne, Corio, das ist das Streamer-Shooting, Daisy. Mit drei Minuten Dealer. Also dauert das eine ganze Weile, bis du da eine Antwort drauf kriegst. Denk mal auf dem Fernseher hier auf KTV. Opa, die Nachricht hast du auch gelesen. Mir wird gerade auch gesagt, dass mein Delay kürzer wäre als der von Opa. Das liegt aber an jedem Streamer selber. Ich bitte das zu beachten. Und an euch selber. Das wirkt so, aber es muss nicht zwingend so sein. Also wir haben alle 180 eingestellt. Das ist dritte Streamer-Shooting. Meins mache ich irgendeine Scheiße, wenn ich schon dafür genötigt werde vom Opa. Du schon. Und ich sag mal so, ich hab das schon verstanden, aber ist mir egal. Gefühlt hätte ich ihn schon gestern anschalten können, dass er jetzt erstartet. Bombi, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Warum? Du bist mein Führersorte. Ich hab's auch gehört. Bombi, nimm die Knarre aus meinem Po. Nimm die Knarre aus meinem Po. Ich mag deine Knarre nicht bei mir im Po. Du weißt schon, dass ich in dein Gesicht ziehe, ne? Ja, ist ja ein halbten Arschgesicht, verstehst du? Naja, sie ist da. Kannst rausgehen. Den müsste man nur noch ein Skateboard unter die Beine klemmen. Dann sieht's ja aus, als würde ich das Skateboard fahren. Der da. Ich muss mich mal eben sicherstellen. Ja klar, steck die Waffe weg, du Honk. Wer ist der da? Der da mit der Waffe in der Hand? Nein, der da. Achso, der da? Ja, der ist bei mir ein wandeltes Skateboard. Oh, wie hier. Bei mir nicht. Beweg dich mal. Das Gebüsch? Ja, das Gebüsch ist bei mir okay. Also ich find das Gebüsch auch okay. Oh, ich muss mal wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Super. Dann kriegst du den Daumen von mir. Passwort ist raus, Passwort ist raus. Oh Gott. Passwort ist raus. Oh, 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 oh. Schnell auslocken, schnell auslocken. Einer ohne DGS-Tag, Jungs. Ihr habt vergessen, das DGS-Tag davor zu setzen. Ach, meine Scheiße, wie das aussieht, hey. Ohne DGS-Tag werdet ihr gebannt. Viel Spaß. Also, der Weg weg. Und JazzmanTV ohne DGS, runter vom Server. Ja, auf jeden Fall. Los geht's dann. Na, ich darf ohne DGS-Tag, ich darf das. Du hast einen Darfstein. Ich hab einen Darfstein. Server voll. Server ist voll. So, machen wir jetzt Bild, ja. Machen wir jetzt Bild, oder? Ja, ja, Bild. Try to connect to the Bild. Let's go, Bild. Ich wollt schon sagen, ich krieg kein Bild rein. So, und da, da ist das Bombi. Guckt euch an, guckt da. Merkt euch den Typen. Da ist, da ist Jasmina. So. Der Joker-Bild kommt, genau, jetzt. Das wird was. Der Dings. Wann beginnt es? Jetzt. Ja, also vor drei Minuten. Also vor drei Minuten, wo du gefragt hast. Ich hab nur schwarzes Bild, ist das normal? Äh, nein. Nein, schwarzes Bild ist, äh, durchaus ein schlechtes Zeichen. Generell ja. Sehr gut. Ich lauf mal hier rum wie ein Huhn. Ja. Warte, ich mach mit. Oh, ich bin so überrascht. Oh, ich mach mir in die schwarze Kutte. Ich hab in die schwarze Kutte gemacht. Fombi, Fombi, kannst du mir die Hose aufmachen, bitte? Schade, dass man hier auf den Arsch trocken kann. Ach, ich bin da drin. Oh, ich bin da drin. Ach, 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 komm. Du bist ja schon wieder gefallen. Komm, mach, mach, mach. Ich muss mal. Wollen wir nach oben? Wir suchen uns jetzt auf jeden Fall eine Himmelsrichtung. Ja, komm mal ab. Wer schießt hier schon rum? Bar, hast du ne raue Zunge? Hast du ne raue Zunge? Also. Darf ich euch zwei begleiten? So, kommt mal bitte kurz klar. Es gibt da Leute, die noch keinen Partner haben. Ich hab Bombi. Ich hab noch keinen Partner. Gut, dann kommst du mit in den Norden. Achso, wir machen Black Cowboys. Kommst du mit in den Norden hoch? Viel Glück. Ich glaub Bombi hinterher. Oder so. Go Bombi. Go Bombi. Go, go. Go Bombi. Ey, dämpf dich doch mal. Ich hab doch schon den ersten Streamer, den ich killen möchte. Ich hab keine Ahnung, wohin sollen. Wer war bei uns vier mal aus? Na komm, lass mal hier hinten gucken. Okay, son. Wir könnten ja eigentlich nach unten gucken. So, hier bin ich. Weil ich hab ne Sniper. Vielleicht sind wir ja auch unterwegs. Bin jetzt beim grünen Haus. Wird schon mal weg snacken. Okay. Komm, lass nach Elektro gehen Bombi. Lass nach Elektro gehen. Äh, ich mach jetzt. Okay. Jetzt den Timer an. Jetzt. Alles klar? Steht. Okay. So, aber hier im Haus sind es schon welche? Ne, ich hab schon ins Bild. Sind schon welche? Ja, von uns. Von uns, ne? Von mir das Bild jetzt so nicht übertragen ist. Von uns sind die. Ne, hab ich nicht. Da läuft. Ein solches machen könnt ihr den, äh, erst mal neu starten. Wo bist du? Äh, auf dem Feldweg. Wer dann mach. Ich muss grad den Timer starten. Das ist mir auch grad ein bisschen zu voll, würde ich sagen. Ganz viele Leute in einem Haus sind. Wir gehen in den Südosten. Wir gehen in den Südosten. Wo bist du? Bombi. Umsatzlichen. Ich bin jetzt auf dem Feldweg. Da haut's rein. Wo du bist. Äh, rotes Haus. Ähm. 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 Moment, Feldweg. Jetzt bin. Feldweg, Feldweg, Feldweg. Bombi. So, wollen wir mal an welche Stadt wir sind. Falls noch nicht erkannt worden ist. Was? 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 Oh mein Gott. Es ist Elektro. Ja, ihr habt recht, es ist Elektro. Kelm über Berensino. Man schreie aber nicht einer lauter als der andere. Sag mal Opa, warum sind denn VIP-Leute eigentlich, äh, fast alle verschwunden? Äh, ich hab denen gesagt, ähm, wenn das Passwort, als sie das Passwort gekriegen haben, äh, konnten die auch suchen, ob sie auf dem Test bleiben wollen oder nicht. Bombi. Ach, ich bin wieder im Bus. Kann losgehen. Also das war die Meinung, dass wir das Passwort da kriegen. Ja. Nix anderes. Also, aber ich geh, ich geh Südosten. Wer ist drauf von den Nupsis? Schauen wir mal kurz nach, wer so alles drauf ist. Hm. Ich erkenne da grad keinen. Äh. Ich bin am... Also, das kenne ich, aber die sind alle hier im TS. Hahaha. Der steht für mich so blöde rum. Ey, Bombi, ich glaube hier ist ein Clan auf dem Server. Guck mal, die haben alle einen DDS-Tag vor. Ja, das... Alle bannen, alle bannen. Ja, jetzt aber Vorsicht, ja. Ich möchte nicht auf dem Server bleiben, hier ist ein Clan drauf. Was? Ah, da, 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 da. Da ist der Schissen am Rad hier, ey. Oh, Mann. Schade, ich hab grade geguckt, ob die irgendwie... Die Buchstaben vertauscht haben, aber das haben sie leider nicht. Geh, geh weg. Wohin? Guck mal, was hier liegt. So, jetzt ein bisschen konzentrieren im TS. Ein bisschen laut hier. Dankeschön. Ohne in das grüne Haus gehen, da kann man... ...schön ausgucken. Guckst du? War das der Schuss? Nee. Okay, son, ich hab ihn verloren. Nein. Sieht aus... Mitten, das ist ein Kelm. Äh, bist du verrückt? Aber hier laufen auch grad schon zwei in ein grünes Haus rein. Das sind wir. Jazz und ich. Nein, Bessch. Okay, es hat einer der VIPs zerschossen. Der Looter King war drauf. Okay. Und es hat ihn wieder gekickt. Okay. Gut. Als VIP, wenn man einen Losing Connection hat, dann muss man halt jetzt spammen. Ja. Gibt's auch jemanden, der Wombi schützt? Äh, äh... Nein. Nein, nein, nein. Ha ha ha. Ja, äh... Mooncake, der Dau-Unterhalter im TS, das ist, glaube ich, der Jazzman. Ha ha ha. Was?! Ich hab doch grad gar nichts gesagt. Ich hab den schon auf Minus 10. Solange er umsonst ist. Ich hab den sogar hochgestellt. Sammels. Ein Bassler, schönen guten Abend. So laut kann ich ja gar nicht sein. Oh mein Gott, nein, nicht der Bassler. Der Bassler ist da. Der ist immer da. Nein, wer darf denn? In seinem eigenen TS-Lossi den überhaupt nicht. Siehste? Lord Herzog, vielen Dank für deinen Host. So, und ganz wichtig noch mal zu sagen, das sollten vielleicht die anderen auch sagen, der Gewinncode muss bei mir im TS-LMTS, im Chat abgegeben werden. Okay, dann machen wir das doch nach der Zeit. Also einmal bitte in Opa's Chat coden. Also der Code muss bei ihm abgegeben werden. Und für die Leute bei mir noch mal, wer den Gewinncode hat beim Opa 1977 im Chat, da bitte posten, nicht bei mir. Boah, mir ist langweilig. Mir auch. Wollen wir nicht mal Elektro gucken? Genau, da wäre gehen. Okay. Ich glaube, da haben wir Action. Ich esse erst mal was. Ich sag mal, erst mal Ausrufezeichen Snickers. Okay. Das ist sowieso bei allem, dass die meisten Leute im Inland sind, dass ihr erst mal eine Stunde braucht, bis sie ankommen. Ja, aber die ganzen Noospons, die landen hier. Und die haben, die können sich hier locker eklücken. Aber die Jäger, die ja jetzt schon gespawnt haben, also die gegelutet haben, die sind ja schon eigentlich auf dem Server. Das sind keine Noospons. Ein paar davon schuhen. Der Mitarbeiter spricht gerade nach, wegen, nochmal warum VIP und wie wurde man VIP? Ich denke mal, bei dir, Opa, oder? Genau. Ich habe VIP-Tickets verlost bei mir im Stream. Und ja, die VIPs haben einfach nur das Glück gedurften, von vornherein auf dem Server. Und ja, wenn die aber sterben, müssen die natürlich auch Platz machen. Okay, also falls ihr den Opa nicht richtig verstanden habt, weil er eventuell zu leise ist, ich weiß nicht, wie es im Stream jetzt gerade rüberkommt, die VIP-Tickets für die Jäger gab es beim Opa, die handhaft los. Und die durften natürlich nach den Streamern zuerst drauf. So, boah, wer ist das so rum? Hier spricht einer in-game. Wo? Wo? Wir, glaube ich. Ich meine den Schwarzen. Ich glaube, das war Wombi. Wir haben 2D hinten deckt und 2D vorne deckt. Ich deck den Wombi. Ja, aber ich sehe gerade noch ganz viel. Ist alles nur so ein bisschen verschwungen. Ich bin mit Alkohol. Ich bin mit Alkohol. Ich bin völlig fertig. Okay, jetzt könnt ihr auch in allen Chats könnt ihr das Passwort rausgeben. Das Passwort ist Penny. Ja, ich dachte Pissflitsche. Nee, Pissflitsche war ich. Das war doch mein Kosenor. Ach stimmt, das war's ja nur. Du bist ja eine Pissflitsche. Richtig, Ole, ich bin eine Pissflitsche. Was zum Teufel ist das? Der Busch, der ist da, wenn ich hingucke und wenn ich ran zoome, ist er weg. Ja, kann sein, dass das ein Spieler ist. It's magic. Schieß mal. Ich hab'n Schuss gehört, Winchester. Winchester gehört. Ja, das war ich. Vielen, vielen Dank. Du hast echt geschossen? Ja? Oh, warum so? Und ich hab' mich gerade eingeschissen. Wo wir sind. So ein bisschen, ja? Ja, ich hab' dich gesehen am Zaun, ne? Ja, ich will dich auch. Ich will dich auch. Wenn es ein Geräusch gibt, was man nicht hören will, dann ist es die Winchester. Wombi, Wombi, lass bewegen gehen. Ist das nicht ein bisschen krass, wenn man mit 30 Mann in einem Haus sitzt? Ja, 29 hätt ich noch gesagt, ja. Ich werde jetzt noch mal rausgehen. Gerne, würde ich auch sagen. Ich komme mit dir. Äh, toll, jetzt gehen sie alle raus. Spieler, Anidas, Wombi. Bell up. Bist du ab ins nächste Haus? Ja, toll, der Teddy ist aber in Sichtweiter, oder? Ich glaube, wir sind die Hausbesetzer. Ich weiß nicht mal, wo der Teddy ist. So, und wir wollen hier unsere Ruhe haben. Von hier aus kannst du nicht runtergucken, hier ist doof. Aber hier kannst du hochgucken, Moment. Kannst nicht runtergucken, kannst du hochgucken. Den, äh, den Code bei Opa im, äh, im Chat eingeben. Auf den Tisch. Wenn ihr ihn gefunden habt. Den Code beim Opa auf den Tisch. Ja, das sieht hier nach Dorfverteidigung aus, so ist es. Ich soll Barster sagen, er soll sofort streamen. Dann streamen das doch. Der Dings. Mach doch selber. Mach doch, stream doch mal selber. So, jetzt gehen wir nach Kami Schäfer. Boah, wo der Hanf blüht. Nee, Barster, der Gewinncode ist nicht Lappen. Nein. Er wurde gerade schon verraten, es heißt nämlich Pissflitsche. Genau. Ich. Der Chefminister Gewinncode. Ja. Na toll. Mehr Code als Gewinn, aber... Trink dir noch einen Rotwein. Noch einen? Ja, noch einen. Ich habe jetzt schon die ersten Drogen über den Chat bekommen. Wir holen uns deinen Kopf. Schau mal lieber nicht... Du hast die ersten Drogen über den Schnappkopf auch nicht anstellt. Habe ich aber auch erst geschehen. Ja, wir holen uns einen Kopf. Schau mal lieber nicht so oft aus dem Fenster. Haha, Gott. Das kommt immer, das kommt, auch wenn nicht so ein Event ist. Admin überprüft das. Und schaut regelmäßig rein, wer gestorben ist und... Admin Abuse. Kickt dann, wenn er nicht gegangen ist. Also seid bitte fair und geht... Wenn ihr sterbt von alleine vom Server runter, dann werdet ihr nicht... Ja, dann brauchen wir nicht kicken. Der heißt Opa, Opa 77. Wer kennt denn da den Opa nicht? Den würde ich da mal an die Thermaban geben. Bildungslücke. Bildungslücke. Okay, dann komm. Da, vor mir ein Spieler. Nee, ich suche Wörmer. Vor mir sitzen zwei. Was? Wo? Oh, Kenas, ey. Ich hoffe, ich bin langsam, finde ich echt reizt, man. Gloriosa hat alle meine verbraucht. Und ich bin nicht mal der Älteste. Nee, die Ältesten machen hier den meisten Scheiß. Ja. Der Opa immer. Super. Also für all die Leute, die das Passwort noch nicht haben, das Passwort ist Penny. Nee. Na, abend Oldtok, sogar die Stücke. Alter Falter. Bash tauschen. Absolut. Ich finde das total cool hier, wie der Loki-Sunder mal hin und her huscht. Weil du siehst immer nur so einen Busch hin und her springen. Jumping Loki. Sollen wir mal da vorne in den Busch, dass man mal da runter gucken kann. Du, Buschkin, du. Ja, okay. Ja, Fresh Cookie, das kannst du mir dann lange machen. Über eine halbe Stunde wahrscheinlich. Das ist halt Österreich, ne? Oh, ich wollte gerade nicht stehen. Ich will nicht stehen. Ich will nicht stehen. Boah. Wer guckt denn da nebenbei noch Fernsehen? Da wollte ich auch gerade fragen. Komm, lass mal hier Pay-TV an, Mann, bei dem Fernseher hier. Kann ich nicht, ich spiel gerade auf meinem Fernseher. Was? Was? Ja, nee, wir haben hier so einen uralten Fernseher. Jetzt wissen alle, wo wir sind. Artcore-Lautsprechern. Ach so. Teufel. Ja, ich gucke das gerade. Teufelanlage ist hier bei uns. Auf was warten wir jetzt hier eigentlich? Na, darauf das Leute gucken. So, okay. Dass Dinge passieren. Das Harry Potter... Ich glaube, ich bin heute noch nicht in der Stimmung. Tut mir leid, ich höre schon mal auf. Aus wie die erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis irgendwer da ist. Nein, glaube ich. Wurde schon gesagt, in den nächsten drei Minuten, vier Minuten wird der erste sich ranpirschen. Wir sehen ihn noch nicht. Ja, das sagen die immer. Das sagen die auch, wenn nicht so ein Event ist. Also, ich hab'n Schuss gehört. Autofuhr und anders können wir heute noch spielen nachdem. Und wo kommend? Hat keiner keiner von euch? Kann ich nicht sagen, ich kam weit weg. Dann kriegen sie sich vielleicht unten schon in der Stadt selbst. Nichts gehört. Gegensüchtig. Nee, das war hier, der Schuss. Bei mir und Fesh. Ich hab auch nichts gehört. Also, ich stehe im Nordwesten. Da hab' ich nichts gehört. Ähm. Loki? Hm. Weintrack vom Brunnen, oder? Hm, hm. Hm, des? Hm. Richtung? Ähm, ja. Norden. Bus? Soll'n wir nach Norden gehen? Ja. Okay. Ich mag nicht, den vordersten Mann stehen. Okay. Ja, ich kann das nicht. Ich fühl mich in nem Haus so total eingeschränkt. Das ist... Ja, lauf doch rum. Mach' ich auch. Ja. Meine Eier schon in dem Holzboden hängen lassen wird. Gehört. Wer war denn jetzt überhaupt alles bei mir? Vido ist schon weg. Wir stehen überall 40 Kilometer Bäume. Dory Usa ist noch da. Na, am Reichen hat sogar die Stück. So, ich muss noch mal dazu sagen, wenn er mich was fragt, ich antworte drauf, aber es dauert halt. Ich hab 180 Sekunden Delay drin, wie altes Klima. Darum meine Nachricht, die ich jetzt grad sage, ziemlich spät an. Ja, bei mir sind schon alle geflüchtet. Ja, wagst du, ich lebe noch. Du Arsch. Noch. Aber ich hab heute ein gutes Gefühl, dass ich durch den Streamer sterben werde. Wie kommst du da auf? Weil ich das letzte bei den Spanko gekillt hab. Ich hab ihm aber nur den Gnadenschuss gegeben, der war schon am Boden. Mombi, ich hab's gesehen. Boah, Opa, die lästern aber nicht bei mir. Wie seid ihr denn alle verteilt? Die lästern über mich? Ja. Wer lästert aber nicht? Da musst du auch schon 5 Promille haben, um auf das Passwort zu kommen. Das hab ich gar nicht ausgesucht, das hat die Loki ausgesucht. Das war der Opa gar nicht. Loki hat das ausgesucht, Leute. Loki! Was ist damit? Willst du hier wirklich jemandem beschweren? Ja, ich hab hier zwei Leute. Ja, warum? Ähm, die sagen, man muss mindestens 5 Promille haben, um auf das Passwort zu kommen. Ey, ich hab das Prospekt geguckt. Das steht zwar nicht so ganz, warum, aber... Bewegung, Bewegung, Bewegung. Erzähl, Hamelsrichtung. Hambrunn? Das bin ich. Ja, den kannst du abknallen. Na toll. Boah, ich war so killgeil, das wär so perfekt, ey. Kotze und einfachen Schuss. Oh, noch ein zweiter, Hambrunn? Ja, den kannst du auch abknallen. Ich stelle mal vor, der hätte das jetzt gemacht. Dann wär der Geschrei groß gewesen. Du musst bei mir aufpassen, wenn du sagst, kannst du abknallen. Der Teddy ist in der Ortschaft, ja. Hab ich auch eben schon einmal gezeigt, bin ich einmal noch vorbeigelaufen. Würde ich bei mir nicht scherzen? Nicht dein Ernst, Opa. Na ja, klar. Event ist eh in 10 Minuten aus, das werden wir mal sehen. Hallo, was hast du denn jetzt bewegt, du Vogel? Und hinter euch, die drei Mann gehören auch zu euch? Das Gebüsch hin. Da hat jemand in dem geredet bei uns. Ja, das war der Opa. Nö, nö. Das ist doch einer! Das ist der Falsche. Nein, ich muss eben hinterher. Alter, auf mich zu verarschen, wohin jetzt. Wow, zu spendig, ja. Ich geh mir mal in, schön ein neues Bier holen. Wer ist denn hinten bei der Holzhütte? Äh, Holzhütten, die sind alle aus Holz. Na, die... Ich schieße einfach, ist mir egal. Gut, rauf. Moin, Patty, schön genannt. Obwohl das gar nicht stimmt, weil das Bargebäude nicht aus Holz ist. Ich verlass. Okay. Gut, dann fasst alle. Ich hab's jetzt fast jetzt geschlossen, echt. Ich stand grad direkt vor der Hütte. Ich hab grad gefragt, wer ist in der Hütte? Die Tür geht auf und zu. Keiner sagt, mach's antwort. Ich hätt's fast gesagt. Man hat dich nicht gehört, mit der Frage. Ja, ich hab dich auch nicht gehört. Okay. Falsch Knopf zurück, sorry. Ich hab's gehört. Na, ich auch. Weil wir nicht so viel reden wie die. Totenstille. Seid ihr immer noch am Brunnen? Ich bin am Brunnen. Bestimmt. Ich bin die Black Mamba. Du bist zu dick. Emma's Danny. Moin, moin. Schönes Name. Hallo, Kinder. Was? Oh, eine Frau war ja klar. Leute. Was hast du gesagt, Mitterne? Sehr froh, dass du es nicht gehört hast. Ja, ich hab's gehört. Oh, ihr bei uns vorm Haus? Bei euch im Wald. Ähm, vorm Haus. Warum ist er denn? Komplett Gilly? Hey, wenn ihr... Komplett Gilly ist Dings. Hey, hey, ich bin noch in der Nähe von eurem Haus. Soll ich mal hochgehen und gucken? Ich kann von euch... Also hier, Apfel-Plantage vor unserem Haus. Ja. Komplett Gilly-Spieler. Ach so. Am rumlaufen. Das ist Lokissan, oder? Wahrscheinlich. Bestimmt. So nördlich, ne? In der Stadt. Mir juckt so der Finger, ne? Tja, das wird immer schlimmer. Ja. Ich sehe dauernden Leute hier rumrennen. Und ich denke einfach... Ah. Ich denke, sie alle töten. Äh, MS Danny, das ist ein Event. Die Stadt gefällt mir gar nicht. Ich kenne das. Ja. Mit mir auch nicht. Ja. Mit mir auch nicht. Kampf. Hier ist halt ein Kampf. Achso. War noch neu. Boah. Ja, ja. Das sind wir. Wir sind hier in dem Gebüsch. Ja, ja. Wir sind direkt in das Weitest. Ja, ja. Wir sind nicht öper. Ach da. Also warst du das okay. Ich habe nämlich schon geguckt in die Richtung, ob da jetzt nochmal einer rauslinzt. Da kriegt man ja fast Angst. Ich muss die Scheiß... Das sieht aus, ey. Ich muss den Multispringen nochmal neu laden, hey. Ich krieg Angst bei der Nachricht. Die Spie guckt mich immer an. Lori? Hier ist du. Ich dir lieber hin, nicht dass du ein Headshot von hinten bekommst durchs Fenster. Ja. Ganz gefährlich. Ach da. Ja. Ja. Weil hier kann man hier rein schießen von hinten. Willst du die ganze Zeit hierbleiben? Ja, wenn ich mit dir unterwegs bin, habe ich keine Sorgen. Ich habe heute mal ein paar Videos von dir angeguckt. Ich habe dir gerade gesagt, dass es woanders bin. Ich renne mal kurz am... Mit der Clanvernichtung auf der Insel. Ich renne mal kurz am grünen Haus vorbei. Äh, nee. Sechs gegen einen zum Beispiel. Ach so. Und noch so ein paar Kleinigkeiten habe ich mir angeguckt. Und Jess und ich laufen mal ein bisschen außerhalb. Wir passen also auf, ne? Schwarze Leute nicht abknallen. Dido? Ja? Bist du hier? Ich bin im... Ich bin im Wald hinter eurem Haus. Ihr läuft während uns Haus. Ich laufe nicht. Ich knie und bin weiter oben. Kannst du gucken? Moment. Irgendwer ist am Haus bei uns. Am grünen Haus bin ich gerade vorbeigelaufen. Okay. Ein paar Sekunden. Ah, okay. Alles gut. Hab ich... Alles gut. Ich bin nordwestlich weiter oben. Wo gehen wir hin? Ich bin in Norden-Win-Schwister aus. Moin, Nils. Boah, ey. Der Mainzer Bub. Moin, grüß dich. Ach, der Emzer Bub. Na, schlau wieder. Bewegung beim Brunnen? Oh, hier. Ich glaub, da sind welche drin, oder? Bis die Leute zum Brunnen kommen, das dauert locker noch zwei Stunden, bis sie in die Stadt reinkommen. Wir ballern uns jetzt erst mal mindestens zwei Stunden von außen. Also, ich hab den Server, den Telly jetzt ein paar Mal gezeigt. Nein, tu das nicht. Mach das nochmal. Danke fürs Vollen, oder? Danke. Kannst du von hier aus bis nach... Nein, man sieht von hier... ...beere reingucken? Ich kann da reingucken, aber ich glaub nicht, dass ich wegen Objekte da sehen würde. Es ist zu hohes drumherum, das Kram. Hast du da reingucken, was die auf Hundertkirche gestellt, oder was? Ähm, weiß ich gar nicht, was die auf Hundertkirche gestellt ist. Das hab ich irgendwann mal vor Monaten in der Konfig gemacht. Ich fülle den Krieg. Aber die Baumgrenze da ist viel interessanter als die Stadt selbst. Ja, hab mir gerade auch gedacht. Streamer, danke schön fürs Follow. So, Freunde. Du hast Freunde? Fash? Ja? Bist du? Ich war der Meinung, ich hätte irgendwie im Tannenwald im Norden... ...hast sich was bewegt auf dem Boden. Ja, es sind wir, es sind wir, es sind wir, es sind wir, es sind wahrscheinlich wir. Okay. Sollen wir sehen nach Silvius? Wir stehen hier, zu zweit in der Tanne. Beide Schwarzklamotten. Einer mit einem... Oh, gut. So einen grünen Tag mit dem Tortilla-Packpack. Der hat... Sagen wir raus, als hätte er sich gelegt... Ähm, als hätte er gelegen. Gelegt? Okay, ich habe hier gelegen, haben wir nicht. Ich hocke, aber ich fliege nicht. Das ist ziemlich genau... Ja, nordwestlich. Ja, westlich. Nordwestlich? Okay. Ne, das ist... Wir sind nordwestlich. Tannenwald ganz oben. Nordwestlich ist das. Ja? Ich esse gerade. So, wohin? Nordwestlich. Keine Ahnung. Ähm, Stone Cold, ich danke dir für deinen Follow. Ähm, wo bist du hin? Äh, wieder am Waldrand. Moin, Dr. Schnaggels. Wollt ihr Schnaggels? Wo sie wechselt? Schnaggels, da. Bist du? Ja, sag ich dir nicht, ja. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Schlawiner. Warst du? Hier, 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 hier. Oder meinst du, da ist jemand drin von uns? Hm? Ja, ich glaube, dass die eher so von Bäre kommen und von, von, äh... Blackhookdown for Jasmine TV. Äh, entweder von Bäre oder von Dings. Wir halten noch mal das mal. Gurka. Ich liebe diese Fake-Accounts, ich finde die geil. Lass die mal löschen. Moin, Boltinator. Hast du einen Timed-Out? Wo bist du hin? Ins Grüne. Okay. Du bist bei mir die ganze Zeit gegen den Zaun gelaufen. Na, na. Bin im Grün. Luther King, vielen Dank für deinen Host. Ich muss auch geschissen. Wißt du was? Hätt die mehr Kuschelbande, jawoll. Die Stille, das nervt mich. Ich möchte töten. Ja, das geht mir auch so. Töten und getötet. Naja, das wollen wir nicht sagen. Ich möchte getötet werden. Ja, tut mir leid, ich habe nicht versprochen. Na, macht nix. Das wird nicht entschuldigt. Ich entschuldige mich. Ganz, ganz ordnungsgemäß dafür. Bei allen Streamern, bei allen Anwesenden. Ich kann hier nicht gescheit raus, äh, ausgucken. Was sind über einen Euro. Wollen wir mal zum Haus? Ja, würde ich sagen. Komm. Ja. Wenigstens da oben die Grenze abchecken, weil ab da dürften sie wahrscheinlich irgendwo runtersnipern. Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt. Ich komme jetzt zu euch ans grüne Haus. Seid ihr da noch drin, ne? Loki, hast du den Griff auf Schmeuchel gestorben? Ja, ich komme jetzt da rein. Ich komme rein ins Haus, ja? Gut. Ja. Ich habe schon gekocht, ich gucke gleich nochmal. Ah, meine Beide sind gebrochen. Moin, Sniper. Aber machst du weg, ja? Lass mal kurz die rein. Dauerei. Ja, die Dauerei laufst du weg mal. Ich bin danach tot. Warum? Ja, weil. Weil ist so, oder was? Los. Weil ist so. Weil wegen gestern. Da ist er ja. Moin, du alter Schlawiner. Sieht aus wie Urlaub, nur im Liegen. Ja, tut mir leid, aber... Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du auf den Server kommst. Ja, wirklich. Und dann machen wir einen Boxfight, Round 2. Ja, und dann wird sie wieder gebannt. Warum Round 2? So, hast du die erste verloren, oder? Nein, ich habe die erste gewonnen. Okay. Ja, in dem der Protagonist, also der Gegner halt gebannt wurde. So hat er gewonnen. Hier für ich, nur für dich. Mittern und Schätzelein, immer mal wieder bitte reinschreiben. 180 Sekunden Delay. Und ich sag doch, dass im Titel steht, das hilft nicht viel. Ja, ich habe es auch im Stream, aber... Also ich bin eine andere Meinung, ihr solltet alle bei mir bleiben und hier. Ich habe, Leute, ich habe Kontakt. Wo, wo, wo? Kontakt Westen. Ähm, Tannenwald ganz oben. Da haben wir gelaufen. Ganz oben. Hinter den, äh, Bäumen? Vor den Äpfeln, oder? Ähm, nein, ganz oben. Wenn du nach, äh, nach Westen hoch gehst. Ich gehe raus, ich gehe raus. Ähm... Du musst doch ein theoretisch bei uns sein. Ich komme dann von rechts. Ich gucke mir den von rechts an. Ja. Was ist rechts? Ähm... Wer ist gerade raus? Osten. Richtung Nordosten. Gehe ich jetzt hoch. Ich weiß nicht, warum. Warum, wie das in die Richtung raus hier? Ja. Sollen wir weiterlaufen? Der war auch an der Waldlichtung, also der war relativ weit unten. Großer Tannenwald. Relativ weit unten, das könnte schon tiefer sein, als wir gerade sind. Die Birken stehen im Weg, ich sehe nicht viel. Ja. Komm. Hey, bist du da, vorne? Ich sehe im Birkenwald, äh, links von dir. Bewegung. Im Birkenwald? Da bin ich gerade rein. Für Wombi, für Wombi. Okay. Da bin ich gerade rein. Hinter dem grünen Haus noch, oder? Bist du wieder in die City gelaufen, oder was? In Richtung City? Hinterm grünen Haus, ich bin hinterm grünen Haus, in dem Birkenwald. Okay, also da bin ich jetzt auch drin. Ja. Ich bin, äh, an der Grenze, bin ganz hinten an der Grenze, wo man es schon zum... äh, Tannenwald gucken. Wollen wir mal... Wollen wir mal das Grüne Haus? Wo? Wenn ich ihn wieder weggesklappt habe. Blauer Rucksack, der wird eine Winchester oder sowas haben. Der Schuss ist, äh, knapp neben mir eingeschlagen. Ich werde mal, ich werde es wieder ein bisschen weiter runter Richtung... Ja, ist ja auch nicht, deswegen bin ich jetzt raus. Genau Richtung Westen ist halt ein Jägerstand. Ja, ja. Der ist da in die, der ist da in die Richtung gelaufen. Von oben kam er. Von rechts also? Ja, von rechts. Also der ist in der Nähe vom Jägerstand, richtig? Jawohl, jawohl. Ja, dann könnt man den von mir aus gar nichts sehen, Jess. Ja, alles klar. Der ist hinter der Birkenreihe. Genau, in der war ich gerade. Okay, dann warst du das. Grün mit Hunting Backpack. Ich habe gerade seinen Arm gesehen, aber er wird es verloren wieder. Aber der ist relativ gut zu sehen mit seinem blauen Backpack. Ja, da muss man bei mir laufen, weil da steht da irgendwelchen Tannenbremien gerade. Wir laufen jetzt gerade durch die Birkenreihe. Damit ihr Bescheid wisst. Ah, hier liegt noch einer. Wer liegt denn hier? Schön. Ah. Wenn ihr in deinem Anomar kam, wenn ihr den Tag braucht, die habe ich zu Genüge. Um einfach nicht zu verraten, wo wer ist. Da laufen zwei Leute. Das sind wir. Das sind wir. In der Birkenreihe sind wir, ja. Wir müssen auf den Arm gucken. Habt ihr nicht beide einen dunklen Rucksack gehabt? Nein, der Chester hat einen grünen. Okay. Und natürlich, ihr habt gerade verloren. Ja, ich bin hier im Gebüsch, Vater. Nein, ist okay, ich bin auch im Gebüsch. Ein Stück zurück. Ihr lauft jetzt, ihr lauft jetzt nach rechts und nach links. Ähm. Schwarzer Rucksack muss weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Na, 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 zurück. Das andere rechts. Jetzt nur nach rechts. Nur nach rechts, Walter, nach rechts. Ja, ja, aber ich will gucken, dass damit ich mich ziehe, weißt du? Immer kurz. Jetzt läuft Jess wieder zurück. Du seid so bescheuert, ey. So, ich bin weiter. Hey, Wombi, bist du es? Ähm, Leute, ist jetzt noch irgendjemand bei mir am Birkenwald? Ja. Ja, ich auch, ich noch. Aber ich bin weiter rechts davon, ne? Ich bin ein Stück weit rechts gelaufen. Okay, ich guck mich jetzt nicht vorne ins Busch, Jess. Ja. Äh, wo ist denn der jetzt nu? Der Neppelzwicker, der alte. Oh, bei mir Bugs, grad ohne Ende. Lass mal Richtung Norden laufen, Luki. Vielleicht umläuft der auch. Ähm, Opa? Ja? So, komm. Ist du grad safe? Passt du nicht? Ja, ich bin Busch hier. Ähm, kannst du mir ganz kurz im Test schreiben, wo der, wie wisst ihr, Teddy liegt? Oh, ich hab gar nichts gehört. Danke für den Follow, nochmal. Äh, kannst du mir im Test schreiben, wo der Teddy liegt? Also falls alle draufstehen. Scheune, Scheune. Oder eine Scheune. Ja. Kann ich dir aber auch sagen. Komm. Wo laufen denn die drei? Der Teddy liegt bei der Müllhalde da. Direkt im Dorf. Beim Bus. Nicht verraten. Warum? Boah, da rätst du das. Ich renne doch schon eine Zeit schon. Da läuft doch sowieso keiner hin. Die wollen doch sowieso nur uns wegsnacken. Ich geh mir den jetzt holen. Dann hab ich gewonnen. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Ja, komm, lass weitergehen. Aber denkt dann bei Opa anstatt, ne? Lass uns den Tempi holen. Machen wir 50-50. Äh, da waren eben drei Leute angesagt. Feuer, hole ich den. Dann kann ich mir den Rootserver wieder zahlen. So, und bei mir im Chat auch. Dankeschön, dass ihr alle da seid. Sucht die anderen Zwiemer. Nutzt den. Multilink. Also, ich bin dafür, Bessch, dass der mit seiner lila Jacke vorrennt. Kanonenfutter. Genau. So, mit dann. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Du leuchtest so, ne? Ich hätte vorgeschlagen, dass ich etwas weiter in den Tannenwald. Ich bin die Ablenkung. Rechts hochgehe. Wenn's dann so weit ist. Und dann von rechts komme praktisch. Ähm, was für eine Auffassung hast du? Äh, ne Wincher, äh, Blaze. Mit, mit, äh, Scope und ne AK-74. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mit dir gehen. Ja. Dann ziehe ich aber die AK. Ja, klar. Ich bin hier an dem... Am besten einer hat AK und einer hat, äh, ne Winchers, dass man bisschen ausklaßen kann. Ein bisschen besser, oder? Ich hab jetzt hier nur ne AK. Ja, ich würde jetzt den Birkenwald hier erstmal verlassen, weil ich bin hier, ich bin hier nicht safe. Das sieht er sich auch noch aus. Ja, das gefällt mir auch nicht, als wenn ich hier stehe. Ja, ja. Ich bin ziemlich rechts. Ja, rechts. Rotes Haus? Rotes Haus? Ja, bin ich. Okay, komm ich, komm ich hin. Ich warte nur drauf, bis einer, gell? Behältst du die AK oder die, die... Ich hab nur ne AK. Okay, ja, dann nämlich die Scope. Ich hab keinen Bock auf dem Waffenbagger. Ich bin jetzt im Haus, okay. Das macht übrigens nicht viel aus, ne? Ob du jetzt ne AK anhast oder nicht. Das war ja gerade eine Frage. Hm. Hm. Sollen wir Risiko gehen und zum Deer-Stand, oder? Ich bin im roten Haus jetzt. Ja, komm, lass knacken. Ich bin hier, äh, hinter dir. Ja, los. Ähm, Jess und ich, wir gehen jetzt zum Deer-Stand. Wo denn? Ähm, ja, hier ist doch mal einer. Der war in der, in der Richtung, war der. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Ganz genau, ich hab seinen Arm gesehen dort oben. Okay. Ich lass mal vielleicht die Tannenreihe weiter. Umgehen. Okay, Jess, dann lass uns hier die Baumgrenze ablaufen und gucken wir mal, ob er was sehen. Ja. So, wir sind jetzt beim Deer-Stand. Nichts. Nichts. Nix. Äh, seh dich hinterm Heuwein, ne? Wie bist du? Andere Kollegen von uns hin? Keine Ahnung. Ja, der ist, der ist gerade weg, als ich verloren habe, bin ich wieder ein bisschen zurück. Wo bist du denn dran, die ich sehe? Wir sind hinter der Scheine. Ähm, weiter vor. Warte, also weiter hoch. Du hast, ich seh nichts. Ja, links von dir. Links von dir. Links von dir. Ah, okay. Was? Die wollen Titten? Den Titten. Den Titten wollen sie. Das eventuell auch, ja. Den Titten. Die wollen die gar nicht. Die wollen wir uns. Den Teddybär. Die wollen nur dich. Gibt es von den 20 Leuten vielleicht drei Stück, die es auf den Teddy abgesehen haben und die sterben wahrscheinlich, äh, schon unten in Beere. Bombe, mir ist langweilig, können wir nach Elektro. Meinst du, da ist jetzt mehr los? Ich möchte ein bisschen PVP machen. Naja, okay. In Beere ist bestimmt was los gerade. Ja, wahrscheinlich schon. So, Zuschauer, sorry, dass ich nicht so auf meinen Chat achte, aber ich bin hoch konzentriert. Ich will nicht als Erster sterben. Ich auch. Du bist doch beim letzten Mal auch nicht als Erster gestorben. Nur bist du ohne hier... Bist du mal durch... Nein, du bist nicht Erster gewesen. Nee. Mio, genau. Ja, die kann ja auch auf uns. Mio, bitte nicht wieder verhauen. Ich weiß, dass du hier im Chat bist. Einfach reingeben, Ausrufezeichen, Multi. Dann kommt der Link. Gammbo, wo bist du? Ah, hinter dir. Ganz genau hinter dir. Oh, ich sehe, da Schreddi hier den reinhaut. Schreddi schon tot. Da war eben noch auf dem Server. Ich würde hier gerade mal was essen. Ja, ich will Schritte ohne Hände und dann noch dann Wildschwein durch den Wald. Schießebar was, ne? Dann lass mal weiterlaufen. Okay. Benni, bist du noch beim grünen Haus? Ich bin noch im grünen Haus. Jetzt. Ja, Lonely. Du bist übelst leise, warte mal, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. Im Auge behalten. Das ist ein bisschen schwierig. Zombie-Waffen-Switch-Fuck. Echt? Rein laufen zwei Leute. Wir bestimmt. Ach, bist du schon wieder weitergelaufen? Wir, das sind wir, Opa. Kann gut sein, dass wir das sind. Wir müssen nicht weg. Welche Himmelsrichtung denn? Ja. Ich glaube kein Kompos. Bei Bäre. Ja, 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 ja. Ja. Oh, schade, wir wollten schon schießen. Verdammt. Ich will auch die ganze Zeit schießen auf die Leute. So, ich würd' sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter nach links oder willst du noch weiter hoch? Ne, ne, wir gehen jetzt mal rüber, ja. Sollte eigentlich reichen. Also, wir sind grad bei dem zweiten Brunnen, äh, bei der roten, äh, Backsteinhütte. Jetzt hat's nicht gefangen. Ne, an Bäre dran. Und sonst sollten wir auch eh auf die Höhe von dem, ähm... Sitz einer hinter dem Gelly-Typen. Keine Ahnung. Oh, mein Gott. Schießt, dann muss ich immer noch nicht weg. Das ist jetzt einer von uns, ja. Er hat mich erschrocken. Äh, Bash? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Keine Sorge. Wo ist der Krieg? Dauert nicht weit mehr so, ne? 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 Wann nicht alle wieder im Süden irgendwo aus? Kassi, postest du grade noch... Die Leute, hm? Die Leute machen jetzt wahrscheinlich hier ganz eigenes BVB-EVANT in Elektro oder so. Ha. Bin ich bekommst... Haben wir letztes Mal Mavka-Rolli, oder wie das heißt? Mogi Lefka? Haben alle gedacht, das findet wieder da statt irgendwo. Aber da kannst du ungefähr bestätigen, so circa 2 Stunden 20 noch? Hat jemand gerade DIP vom Server? Ja, 2 Stunden, 47 Sekunden. Ja. Die IP vom Server. Ausrufezeichen IP. Ja, das bei mir viel. Die geilen Stücke. Einfach als Schlagwort Stücke eingeben. Oder geil als Filter. Oder DGS. DGS reicht auch schon, ne? Wollen wir die Bewegung? Oh, guck die Kart hoch. Oder hin. Was hast du gesagt? Sorry, ich musste meinen Shit mal grade muten. Weil dein Shit schon wieder so laut ist. Ja. Mio, nix war mit dir. Du bist super in der See. Die sind mir alle zu lieb, ne? Bis jetzt ist noch keiner so. Die Markierung. Ne, bei mir geht's jetzt nicht ums Event. Die, äh... Ja. Keine Ahnung, was da grade abläuft. Aber jetzt wollen wir die IP geschrieben. Wir sind jetzt auf der Hohe vom Hochsitz. Ach, hier kam die Stimme her. Ach so, ja. Hier kam die Stimme her. Die Stimme? Das wär'n Multi-Kill. Danke für den Follow. Dankeschön. Ich hatte beim letzten auch ein Multi-Kill. Jo, lass weiter. Den Fab und den, äh... Den Schmerz. Hallo. Wie war's so? Hey, Andi Bruceit. Danke für deinen Follow. Hi, Bru... Hi, Andi. Was geht? Alles fresh. Dann vorne laufen zwei. Am Roten Haus, oder? Ja. Ja, aber Straße. Ach... In die Scheune. Mit weißem Sockel, oder was? Scheune. Scheune. Scheune gehen grad durch. Scheune. Lass mal ein bisschen weitergehen, Lamora. Deine ist jetzt auch verloren. Ja, ja. Wo bist du? Sind wir jetzt hier 5 Flots in die Richtung gucken, ne? Äh, Wombi. Wombi, andere Seite. Fesh? Ja. Wo bist du? Im Roten Haus. Tolle Banditenseite, ja. Mucho. Moin moin. Herzchen und so. Ja, der Ort wurde schon gesagt. Wohin? Im Laufeinsatz. Vielleicht ist Freddy schon gestorben? Okay. Nee, ich glaub, Freddy hat nur den Connection, weil bis jetzt ist noch keiner tot. Haben wir überhaupt jemanden, der das nachguckt? Ja, logisch. Ich? Ja, okay. Die sammeln erstmal alles ein hier. Nee, du. Hier kommt uns gerade genau auf uns zugelaufen, also nicht schießen. Okay. Ich weiß nicht, aber... Aber jetzt geht weg, das ist unser Busch. Wir wollen hier ein bisschen intim sein. Ich weiß ja, aber ich fühle mich hier etwas unwohl. Ja, ja. Wir sind gerade gerade im Mittelpunkt. Wo seid ihr? Wir sind hier? Ja, wir sind im Wald. Äh... Nordwestlich. Im Wald, Gerd, das kriegt ja viel Tannen... Oh, Schuss! Schuss, Schuss, Gerd, SKS. Wir haben aber von der Richtung, aus der wir gekommen sind, oder? Ich auch nicht. Nee, aus der Richtung kam das hier. Da. Naja, nordöstliche Richtung. Ja. Müsste auch im Tannenwald gewesen sein. Kein Kompass dabei. Schande über dich, Opa. Schande. Schlecht vorbereitet. Du bist aber mutig, Loki. Warum? So, musst du dranbleiben, Opa, ich hab nen Kompass. Nein. Jetzt bist du weg. Ja, ich lauf da hin, wo die Schüsse angesagt wurden. Ähm... Ich bin am Boden. Ich bin eigentlich da, wo wir am Anfang... Ja, da, wo wir am Anfang wohnen. In der Stadt? Im Bus. Schittig. Ja, und dann hier. In die Richtung ist nordwestlich. Lambo, hast du nen Kraschlandscope auf der AK? Ich bin nicht auf der Scope? Nee, auf der AK. Auf der AK? Nein, gar keins. Wo war jetzt der Schuss? Nordosten, Tannenwald, wahrscheinlich so in die Richtung. Okay. Aber da ist noch ein Apfelfeld vor, das sieht man schlecht. Was? Also Lambo und ich sind da auch gerade in dem Tannenwald. Willens von mir. Alles klar, ja. Aber das hat sich nicht so angehört, als wär das noch am Tannenwald gewesen. Das hat sich ja fast angehört, als wär das in der Stadt fast schon gewesen, hä. Meinst du? Ja, das war schon ziemlich weit. Darf ich davon ausgehen, dass ihr hinter mir seid? Muss ich da nicht mehr hingucken. Kommt auch die Richtung an, also wir können natürlich viel übersehen. Der Tannenwald ist nicht grad sehr einsehbar. Ja, ich bin ja noch in nem Haus. Mhm. Also wir sind praktisch jetzt am Hochsitz im Moment. Vorm Hochsitz. Okay, na. Ist da ziemlich hinter mir. Die beschießen sich wahrscheinlich gegenseitig grade. Nee, machen wir nicht. Irgendwas muss er abgeschossen haben. Und wenn Skyler von dem Streamer war? Ne, wir waren Zombie, ja. NICHT! 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 HAHAHAHAHAHAA! ZOMBIE im Rage-Mode. Ja man! Geil! Es ist mir zu ruhig, ey! Wir müssten mal langsam mit der Position wechseln, Jess, die drei Minuten sollten schon lange rum sein. Ja, ich. Wo bist denn du gerade Lambo? Ich bin hier der Tannen. Ich bin der Tannen. Ich bin der Tannen ganz vorne am Rand. Bist du weit nach oben? Ich bin nur ein bisschen weiter oben. 2 Stunden 14 Minuten noch. Siehst du mich? Ich renne ja nicht gesteuert durch den Wald. Ich sehe gerade ein paar Leute über das Feld laufen. Wo? Wir, wir, wir. Baumreihe? Ja, wir. Ne, ich sehe dich nicht, Lambo. Wie weit oben bist du? Ja, hier. Hier steht ein Auto unten. Tür ist auf. Ja, das war wahrscheinlich von Loki, oder nicht? Ah ne, die hat dann da gestartet. Server Reset. Unten an der Straße. Ich habe jetzt Blick auf. Aber da habe ich doch recht hier gesehen. Dann lief da auch gerade einer. Ich habe einen Blick auf den Hochsitz. Der Netzrichter. Moin Moin, schönes Laus. Okay, wohin? Der Netzrichter. Rechts aber, ne? Bist du weiter nach rechts gelaufen? Ja, ich bin auf den Feldweg. Ähm, ich bin quasi den Weg wieder zurück. Ich bin jetzt aber so fast auf Höhe Hochsitz. Loki rechts. Ah, okay. Siehst du mich? Ja, hoch. Ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Ach da, okay. Dann lass mal weiter. Ja. Ich muss eben ziehen. Ja, ich bin jetzt auch Höhe Hochsitz. Ah, ich sehe dich. Einmal präsentiert. Siehst du mich? Ja, wie auffällig, ey. Boah, ey. Geh nicht mehr an einen schwarzen Baum. Ich bin nicht an einem schwarzen Baum. Ich bin an einer Tanne. Ja, ich weiß hier. Ja. Okay. Hast du mir gerade einen Schrecken angejagt? Sorry. Wir laufen gerade Richtung, äh, Hochsitz. Bei mir war das so, bei mir hat das so ausgesehen, als wenn du hier vor dem Baum stehen, so. Okay. Das war so aufwendig. Hey, da unten, rechts, da unten, rechts. Da unten, rechts. Da unten, rechts. Siehst du das? Ich sehe. Da unten. Nein. Es sind zwei Mann, glaube ich. Ähm, zwei Mann. Wir laufen gerade Richtung Hochsitz. Ja, ich sehe sie. Ja, genau Richtung Hochsitz. Komm, dann laufen wir wieder zurück. Den Weg, den Weg von unten. Ich bleib umgehend, hier drehe ich hier in dem Ball stehen. Ich hoffe, bist du best. Hochsitz. Wir können uns, wir können uns auch cachen. Ich sehe die nicht. Ja. First Blood, lauf einfach weiter. Aber unterer Waldrand. Musst du weiterlaufen. Bist du da selber, is it? Ja. Bist du mit nach? Äh, nein. Laufen wir zurück und dann cachen wir die vorne, oder was? Oder wie heißt denn vor? Ähm, das waren, waren heute schon uns, oder? Ja, das waren zwei Leute, da unten. Ja, die waren von uns, Richtung Hochsitz. Ach so. Hä? Ah, das habe ich nicht gehört. Siehst du? Das habe ich gerade gesagt, die ganze Zeit. Naja, aber ich habe das total überhört. Das wäre gleich. Also wenn ich jetzt ein Jäger wäre, würde ich einfach in die Stadt reinlaufen und das Ding looten. Das ist so verwirrend hier. Keiner weiß, wer hier wo, wer ist. Ja. Bevor wir das geklärt haben, wenn Teddy ist und sagt, hier, ich habe ihn. Ah ich kann einfach, ich habe die Feuerwehr in die Stadt, der da oben kommen. Okay geschonkt. Richtig? Na, der uns weg, die ist offen. Schuss, schoss, schuss, schoss, schoss, schoss. Ja. Auf uns, der ist direkt da eingeschlagen bei dem Müllhaufen. Bessch, wo bist du? Komm, das ist weiter. So, dass ich auf das Auto... Ja, sehe dich. Du lässt vor mir. Gut, ich packe mich hier im Busch. Kann... Nee. Kann das sein, dass die von ganz oben am Berg stehen und das sehen dort unten? Dein Freundes wäre ein Molzelsrosa. Ich glaube nicht, dass die das sehen, oder? Ja, ich weiß nicht. Bist du hier? Wohin du? Ich bin hier im Busch. Wieder runter. Weiter. Ja, bis vor mir. Fünf Leute gewettet. Verlädt Verbindung. Es wird bei mir ins Haus gucken, wenn sie mich anmeldet. Ist weg, ne? Wollen wir auch alle wissen, wo du das bist? Ja, wollte ich auch gerade. Meidet grüne Häuser. Bin ganz geil, deine Hälfte zu verraten. Er bleibt in seinem lieben Häuschen und lässt keinen rein. Ich lasse hier niemanden rein. Geil teils. Will draußen rumrennen, ist mir ein bisschen zu scary, weil viel zu viel durcheinander. Richtig. Das ist beides relativ angwierig. Wir laufen die ganze Zeit von hier draußen rum und hier ist halt nichts. Wenn ich draußen rumrenne, dann habe ich alle Streamer weg, aber keinen Gegenspieler. Noch zwei Stunden. Er hat einfach gechillt gelassen. Noch zwei Stunden. Ne, das kann ich nicht. Yo, ich bin weg. Zwei Stunden rumlaufen. Ist tot. Loki ist weg. Ja, zu Ruhe. Wo warst du zuletzt? Mitten auf der Straße. Ja, damit ist Loki dann wahrscheinlich jetzt erstmal weg. Wir sehen uns an den fünf Stunden auf dem Surfer wieder. Wow, wow. Liebe Thema Sarah, moin moin. Yves Jean, danke fürs Follow. Die band jetzt erstmal alle Handler und dann kommt sie wieder drauf. Wir fahren wieder von vorne an. Wer ist das Yves Jean? Yves ist die Mama von Jess. Yves Jean. Das stimmt, Yves Jean, ja. Schöne Grüße, mit mir hast du noch nicht gesprochen, heute. Ich bin höher des Bus, leucht. Hauptsache, ich kann einfach so reinlaufen. Was ist mit Grüße? Ich habe es nicht ganz verstanden. Macht nichts. Wie jetzt? An Yves Jean, schöne Grüße von ihrem Sohnemann, den JazzmanTV. Siehst du, JazzmanTV. Grüß dich, Yves Jean. Und er sagt, vielen Dank, dass du mir einen Follow gegeben hast. Mit herzlichen Grüßen. Nicht vergessen, dass das nicht die Loki lesen soll. Oh. Oh. Lass das nicht die Loki lesen. Ich habe ihn resettet. Was? Nicht? Oh, Spieler. Erzähl. Hoch, wo? Hier, Brunnen. Am Brunnen. Nee, Brunnen. Vom schwarzen Holzhaus weg Richtung Brunnen. Ich war gerade an einem Holzhaus. Unserem Brunnen schon. Auf der Straße Richtung Brunnen. Wie wäre es, wenn wir mal aus dem Wald wieder rausgehen? Ja, ich bin dafür. Weil die suchen uns wahrscheinlich dann hier noch. Da muss jetzt gleich ein ziemlich schwarzer Spieler am Brunnen langkommen. Also, Lambo ist hier bei mir. Der ist schon auch schwarz. Welcher Brunnen? Hallo, nur weil ich schwarz bin. Ja, wir haben nur einen Brunnen in Kelmen. Nee, ich glaube, hier vorne ist noch ein zweiter. Was? Nein, das Backsteingebäude ist nicht mehr Kelmen, Leute. Nicht vergessen. Na schon, ist es wohl noch Kelmen. Haarspalter zu, bitte. Komm schon, müssen wir jetzt erst diskutieren. Meine sehr interessantere Information ist, meine Nase juckt. Verdammt, du weißt, was das heißt. Da gibt es einen anderen Haus. Ich habe dich verloren. Ich bin im roten Haus. Ich wollte dich nämlich gerade auffragen, wo du bist. Ah, ich sehe dich. Ich schaue gerade auf den Boden. Ich bin weiter links, bin ich. Also, ich schätze, der ist im grünen Haus, in der Nähe Brunnen. Dieses grün-gelbe? Was? Halt! Dieses grün-gelbe. What the fuck? Wir könnten da vorne ja zum Richtung, Richtung Brunnen. Am grünen Haus läuft einer entlang. Ist jetzt gleich im Brunnen. In 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Oh Mann, ey. Oh Mann. Schaut es mich an hier, ey. 3, 2, 1, das bin ich. Da unten backt der Giddy durch die Mauer. Oh Mann, wie hast du dich bewegt? Matt, wo, was? Ja, der Giddy backt durch die Mauer da in dem Haus, da vorne. Links, der bei dem Baum. In der Stadt. Siehst du? Da ist er. Da rennt er wieder. Guck mal, wie er rennt. Guck mal, wie er mich bewegt nicht. Bei mir backst du komplett durch die Mauer. Ja, das ist unterschiedlich von Spielern zu Schadierer. Ins Haus. Der eine sieht den verpackt, der andere sieht den nicht verpackt. Ja. So, wer läuft da am Boden? Mit dem Giddy? Und ich kann euch garantieren, wenn ihr einen Rollschuh fahren seht oder Schlittschuh oder wie ihr auch das immer nennen wollt, den könnt ihr nicht töten. Nein, den tust du nicht. Der desinkt sich da durch die Gegend. Ein Meter vorhalten. Dann ist er weg. Doch immer so. Aber der nächste von uns kann ihn halt eben auch ordentlich sehen, ne? Das ist willkürlich. Boah. Tötet den Killer, der Arme. Bei mir im Chat wird gerade gefragt, warum ein Spieler gekickt werden. Ich weiß nicht, ich kicke niemand. Ich habe keine Rechte. Der Admin nicht unbedingt Admin-Kick kann auch zu Wurping sein. Der Admin kann auch einen kicken, weil der Admin, wenn er nicht drauf... Der Admin muss rauf, wenn er einen Too High-Ping hat, muss da leider einer drunter leiden. Das Problem ist, dass sie gerade dadurch, dass sie permanent Spam, den Server ein bisschen crashen. Ich habe den jetzt auf verloren. Keine Ahnung, da sind schon Fehlermeldungen. Okay. Easy. Deswegen ist der Server auch so. Wo bist du? Die Fehlermeldung hatte ich am Anfang auch beim Einladen. Das ist hier ein Texturlade-Fehler, ne? Nein, die Fehlermeldung hast du nicht, weil das eine Server-Fehler-Meldung ist. Achso, ja, Entschuldigung. Beruhig dich. Ich sag doch dir das einfach. Tränk einen Schluck. Mach eine CBR an. Ich habe jetzt Blick aufs grüne Haus unten. Lambo? Ja, ich suche... Was aufs grüne Haus unten? Nein, nein, hier von uns aus. Kurze Frage. Nähe Brunnen. Dunkle, rechts schwarze Personen am rumlaufen jetzt. Ich bin jetzt wahrscheinlich an so einem kleinen roten Hütchen. Kann ich nicht sagen, bauen wir im Weg. Ich stehe unten bei dem grünen Haus. Kleines... Auf jeden Fall Nähe Brunnen. Blauer, blauer Mountain-Backpack? Jemand im blauen Mountain-Backpack von euch? Keiner von uns. Nein. Keiner von euch. Dann habe ich hier einen Spieler direkt hinter mir. Mountain-Backpack. Oh, zwei, drei. Und ich renne auch zu dir. Ich bin jetzt bei dir. Hier oben. Hier oben. Meine Blickrichtung Lambo. Wir sind im Norden, Nordwesten. Ja, ja, ich sehe es. Birkenwald. Spieler mit blauem Mountain-Backpack. Hab mich aber nicht gesehen. Nordosten, da stehe ich gerade. Nordwest. Nordwest. Ich habe aber keinen blauen. Ey, EZ. Steht beim... Ja, bitte. Soll ich ein bisschen von rechts oben kommen? Lauf den mal, ja. Ja. Bleib du mal hier und guck. Sieh du oben. Bist du noch in deinem Haus? Wir müssen uns wieder bewegen. Nein, nein, nein. Ja, warum? Wir sind jetzt draußen. Ich bin an dem grünen Haus. Von dem roten Haus. Ich liege auch an dem grünen Haus hier oben. Bei den Äpfelbäumen. Ja, ja. Also bitte nicht. Wir sind ja an der Holzmauer. Bei dem grünen Haus. Unten. Ja. Ja, genau. Da laufen zwei übers Feld. Luki, kannst du das mal kurz erklären, warum gekickt worden ist? Hier eskaliert das gerade bei mir. Wer ist ready? Hier eskaliert das gerade. Einmal bitte erklären, warum gekickt worden ist, bitte. Was die da stehen geblieben sind. Wenn die ganze Zeit permanent am Spam waren, ob die schon auf dem Server waren, sind noch Meldungen gekommen. So. Ich hoffe, es wurde gehört. Und auch alle, die noch nicht drauf sind, sollen nicht die ganze Zeit spammen, sondern ab und zu mal. Guck mal, wo ist denn der hin jetzt in meinem Backpack? Keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich Richtung Apfelplantage aber anscheinend nicht gelaufen. Hier gibt es drei oder vier Apfelplantage. Ich bin jetzt in der Nähe, rotes Haus. Bei mir am Haus. Bicke Richtung Westen. Apfelplantage. Bisschen Grünhaus. Ja. Ja, da bin ich. Oh Mann, ey. Guck, guck. Ich gehe wieder raus. Ich habe da gerade mitgekriegt, dass es da ja Unstimmigkeiten gibt. Moin, Walde. Guck, guck. Genau. Wut, der schon eben von der Loki erklärt, warum das so ist. Wollen wir uns wieder ein bisschen weiter nach oben bewegen? Ähm, Loki? Das? Ja? Hast du das Tool? Ja. Ja, okay. Hallo. Man muss ja fragen, weil es gibt ja immer noch Leute, die kennen uns gar nicht. Also, ich sehe hier nichts. Also, ich habe wirklich nichts gefunden. Keine Ahnung, wo der Handy gerannt ist. Ich bin da extra noch im Birkin Abteil. Wie viele Stunden haben wir denn noch, Jess, man? Zwei Stunden, genau, jetzt. Zwei Stunden und jetzt schon. Winchester gehört. Von wo? Kam von meiner Richtung Norden, habe ich den gehört. Hühne, Hühne, Hühne. Hühne, Hühne war das. Siehst du, bist du noch dort unten hinterm Zaun? Ich bin in dem Haus mittlerweile. Ah, okay. Und das war, äh, Winchester. Ich komme auch mal rein, ich habe nämlich Durst mit was Trinken. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass das die Einschuss-SKS-Waffe war. Also, die, äh, SH-18, IZH-18, ja. Ich komme mal rein in dein Haus, in dein grünes Haus. Okay, ja. Alles klar. Andere, anderes grünes Haus. Bei mir, bei mir bin ich. Isst du gerade, Bombi? Ja. Muss mal was trinken, hey, ich bin schon wieder durstig. Yves, moin moin, schönes Namens. Ja, deine Mutter geht überall hin, nur nicht zu dir. Ja, ich merke schon. Meine Mama hasst mich. Der Berti hat sie verlaufen. Ui, ui. Ui, ui. Vielen Dank für dein Follow. Ich soll euch sagen, ihr seid mega unentspannt, ihr solltet mal einen Rum trinken. Oh, nee. Ich glaube, jetzt habe ich den scheiß Bug da, wo ich keine Waffen mehr in die Hand nehmen kann. Ich habe jetzt zwei Waffen in den Tau. F2 drücken. F2, ja. Mal. Okay. Dann sollte sie die Waffe wieder aufheben können. Sehr gut. Robi, äh, gut. Jawohl, vielen Dank. Ah nein, hat nicht funktioniert. Ihr habt sie wieder immer im Winter. Was ist denn los? Wo bleiben sie denn? Einfach ein paar Mal hintereinander. Wir sind um eine Stunde, 59 Minuten. Korrekt. Also für meine Zuschauer, die jetzt auf dem Server sind. Ich bin im grünen Gebäude, im obersten Teil von Köln. Bitte komm. Bitte jetzt komm. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass sie nicht kommen. Aber für die anderen, die neu sind, bitte komm. Alter, du kannst aber hier nicht erstmal abholzen. Doch, musste ich, weil meine Windchester hier irgendwo liegt. Daher holst du erst mal einen Wald ab. Satten Typ. Ich hab meine Windchester nicht mehr gesehen. Da holst du hier einen halben Wald ab. Alter, ich bin das. Nicht aufschreiten. Ich könnte die Arme. Ich könnte die Arme weitergehen. Lambo? Willst du das jetzt weitergehen? Du hast ja alles weggeholzt. Ich werde hier mal was trinken. Ja, das Problem ist, ich kann keine Waffe die Arme nehmen. Ja, ich auch nicht. Ich hab gleich ein Wackel. Ich hab nur einen Wackel. Bitte? Wir bewegen uns jetzt einfach ein Wackel. Sag mal ein Wackel, du dann, Wackel. Trink mal was. Jetzt geh ich weg. Ihr habt auch schon was gegessen. Ja. Ich kann mir eh Penifrin entjekten. Vielleicht braucht man einen Ringzell. Ich esse jetzt auch mal. Können wir jetzt wieder schießen oder nicht? Noch nicht, nein. Klavierhaus. Klavierhaus, wer ist da? Ich. Ich. Ah, ich kann die Wackel. Mach mal in der Rote aus, da vorne gehen. Kannst vergessen. Mach mal Hände hoch. Hab ich doch schon. Haben wir auch schon probiert. Du bist im Klavierhaus, Opa. F1. Ich bin im Klavierhaus, ja. Dann merk dir, wo sie ist, Mensch. Und mach mit der anderen weiter. Und wenn du tot bist, dann hast du da noch eine liegen. Super. Ich hab ne Waffe in der Hand. Man kann nicht mit der anderen weitermachen. Ne, er kann die Waffe ja nicht wechseln, wenn er diesen Wacken hat. Entschuldigung. Achso, ich kann gar nichts machen. Ich komm grüne Faust rein. Das hatte ich letztens auch, deswegen musste ich aufhören mit dem Event. Na, super. Weiß Bescheid, Whisky. Du kannst dir alles ablegen und dir eine Kugel in den Kopf her und dann nochmal hier hoch rufen. Und ich bin drin. Und mach die Türe zu. Nicht wundern. Dann stieb da vorher. Hi an die Nektarine. Hast du bitte Waffe in der Hand, oder wie? Hier gibt's Leute, hier gibt's Leute. Hast du bitte in der Hand? Ne, ich hab ne Waffe in der Hand. Ich geh mal besser raus, überhaupt. Ah, warum nimmt er nicht in die Hand? Komm, das Ding jetzt hier. Rogue, 89. Mo Moin, schönes, du da bist. So, nochmal dabei sein. Nochmal Freistein und das Ganze gleich rückwärts. Ist der Atomiker noch? Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist jemand spitz und möchte das Alter von Loki wissen. Also ich bin saftige 29, kein Problem. Sag ich, sag ich. Ja, sag ich, sag ich, auf jeden Fall. Komm raus. Wunderschöner Bart. Von Loki oder von Loki? Loki. Hello, Jonas. Ja, sag ich doch, also. Also von Loki. Also Loki? Ne, Loki. Loki. Achso. Oh Mann. Für mich wird das beide gleich ausgesprochen. Kein Schwein losluchten. Kein Schwein interessiert sich für mich. Werden die jetzt alle wieder raus? Wir loben das nicht, aber auch nur daran, weil ihr keine geflochtenen Habe warst. Ja, also beim nächsten. Da definitiv. Ey. Ich guck, ich guck mal, ob ich deine Waffe in die Hand nehmen kann. Ja, mach. Dann wo. Vielleicht geht's dann irgendwie. Ne, ich kann sie auch nicht in die Hand nehmen. Kannst du gar nicht gucken. Du hörst mein Follow-Sound beim Opa im Stream. Geil. So, ich sag da mal Prost. Ich muss das sein. Der muss schwimmen, sonst will ich es übertönen. Ja, ich kann auch nichts machen. Ich glaube, das hat sich erledigt. Wer kann nichts machen? Ich. Ich kann auch keine einzige Waffe aufheben, nichts. Ach, das ist doch. Eventuell. Versuch ein paar Mal irgendwie zu springen oder so. Vielleicht legst du dir die Waffe da durch. Kannst du dann schießen? Nein, man muss sagen. Der hat ja nichts in der Hand. Er hat nichts in der Hand, hat aber was in 8 Stunden in Pius. Ja, auslocken, einlocken. Mehr geht da nicht. Das klingt hier drauf. Ja, wir können jetzt aber auch nicht gehen, dann kicken. Ja, ist schon klar. Aber ihr wisst ja, dass das jetzt nicht anders funktioniert. Ja, doch, mit Kugel im Kopf. Ja, das würde funktionieren. Das heißt aber nicht, dass er sich jetzt die Kugel geben soll. Loki, ich soll dir sagen, also ich soll der Server-Tante sagen, dass er hier einen Slot braucht. Oh, bei mir. Wer läuft beim Ohn? Na, wir Haus, wer ist reingekommen? Ich, ich, ich. Mann. Ach, Jess, Mann, weißt du was? Oh, Spieler beim Bus, Bus. Deine Mama ist jetzt bei mir. Du bist ja meine Mama. Schwarzrucksack. Ah, das super. Leute, ihr raubt mir echt jeden Jägersinn hier. Mami, wir müssen uns bewegen. Ja, sehe ich auch. Wir stehen ja alle hier. Ich glaube, wie aus? Warst du gerne noch, oder? Ja, ja. Jetzt möchte ich auch mal einen Gegner sehen, ja. Also, kommen Sie mal schnell alle nach. Ja, na, 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 weißt du, vielleicht bringt der Positionswechsel was. Früher hat er sonst im letzten Update, war das ja mit den scheiß Füßen so, dass die Füße. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Aber egal. Wollen wir mal gegen den Schett war das? Falsche Richtung. Ähm, wir laufen jetzt durch die Birken-Reihe, bitte. Ähm, was dachtest du, Loki? Hallo, Mela. Birken-Reihe. Bei dir im Schett war's? Ja. Wer bist du denn? Bei mir im Schett. Fuss. Der hier möchte sich gerne rächen für den Bun-Buy-Unlocky. Ja, mein Loot ist hier. Ja, kann er machen, sie ist in Kellem, soll er mal herkommen. Sollts mich einfach füßen und dann laufe ich wieder hoch. Sollte ich töten? Dann muss ich mir nicht auch draußen. Ich kann nicht schießen, ich kann nichts machen. Danke, schuss, schuss. Ja, ich. Okay, hier wollte ein Swimmer, dass ich ihn töte. Jetzt habe ich hier Käse-Füße liegen, geh weg. Ähm, Jess. Ja. Das ist eine bessere Birken-Reihe. Immer wenn wir durch die Birken-Reihe laufen, äh. Äh, wer rennt dort oben mit einem Birken-Reihe rum? Ja, ich. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ich zusammen mit dem Jazzman. Bist du weitergelaufen? Äh, ach, da hast du jetzt, alles klar. Moin, moin. Tun dir mehr. Hey, äh, Isi. Ja? Müsst du mal kurz deine AK geben, oder hast du? Ja, nur kurz zum... Nein, nein, nur zum Testen. Ob das funktioniert, wenn ich eine andere Waffe aufnehme? Ja, genau, komm, ins Haus. Auf, probier's. Ne, nicht im Haus, da backt die immer wieder raus und so. Ne, eigentlich hast du recht, ja. Na, also dann direkt vorm Haus. Ja, guck. Ja, vorm. Bomm, du könntest bitte aufhören, so schwer zu atmen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich bin hinter dir. Du bist hinter mir. Ah, ja. Pornös, jubel, pornös. Na mal in die Hand. Ey, das dauert diesmal echt lange. Geht nicht. Nein. Nach einer Stunde zählt immer noch nichts. Können wir die Quä... Vielleicht wird man das nächste Mal in Elektro einfach machen. Wir Käsewüse liegen. Sicher, dass wir in Campen sind? Wollen wir nach Elektro gehen? Mit anderen. Kann einer den Teddy einpacken? Ich hab noch Platz, ja. Ich hätt auch noch Platz. Die denken auch alle, ich bin bekloppt, wenn ich hier mit F2 rumdrück. Aber das wär doch auch interessant. Den Teddy schnappen und einfach rumlaufen. Kennst du mal aufhören, mir von der Waffe? Schuss. Auf den Schuss. Von wo? Nicht gehört. Hab ich auch nicht gehört. Ich glaub auch keiner gehört. Womby, rechts von uns. Oberhalb, Gämm. Okay, jetzt haben wir ja gehört. Machen wir Schuss. Hab ich jetzt Norden gehört? Aus der Richtung gekommen. Winchester. Wahrscheinlich, ja. Die schießen sich gerade selbst, glaub ich. Boah, jetzt bin ich erst von da oben runtergelaufen. Letzte Star Action. Ja, wir kommen um die Kausse. Womby, hast du dich bewegt oder nicht? Ja, ich hab mich bewegt. Aber du bist noch neben mir, ne? Nein. Glaub ich nicht. Nein. Ich bin jetzt wieder in einem anderen Busch. Guten Abend, Evtien. Wie, ich soll leise heulen. Mann. Danke, Mama. Ich hab dich auch lieb. Warte. Wo bist du? Da, wo wir gerade waren, in dem Busch, ne? Ich weiß noch nicht, welcher Busch das war. Schon so lange, ja. Busch Nummer 6. Ah, okay. Nee, das ist der Falsche. Ey, ich hab dich schon wieder voll. Nee, hier im Norden ist nix. Ich komm raus. Moin, Sebi, schönen guten Abend. Ja, da. Ja, ja, ich komm zu dir, komm. Bewegung. Naja, da bockst ich sie halt alle. Na, lass mal wieder hoch zur... Wann kommst du hier an? Kannst du hier her? Ja, 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 ja. Komm mal her, komm mal her, dann wo ich... Komm mal her, vielleicht geht's mit der Pistole. Wir sind auch wieder hoch zum, äh, zu den Tannen. Nee, die ersten. Richtung DS-Cent. In Richtung DS-Cent, genau. Eine Stunde, 50 Minuten. Korrekt. Also, ich behaupte jetzt schon zu sagen, dass keiner den Teddy reinkommt. Nerd ist tot. Ich glaube auch nicht. Den Teddy will keiner. Mich will auch keiner, keiner will mich haben. Ich hätte ja nie gedacht, dass das so lange dauert, bis hier einer auftaucht ist. Ich auch nicht. Ja, ja, direkt über Dingens ist das schon, äh, echt fragwürdig, warum das so lange dauert. Ja, nee, vom BMC. Also, das war halt auch so, circa, plötzlich eingedauert. Dass sie, und das ein Teil von gewissen Gruppierungen drauf sind und darauf warten, dass ihre Leute noch drauf kommen. Aber vielleicht denken sie auch, äh, wir verhungern oder so. Das ist schon bewusst. Ich glaube, ich könnte die lange drauf hoffen, weil wenn man sich kaum bewegt. Oh, warte mal, wer ist da? Nee. Das ist einer von uns, oder? Bombi. Opa, Opa. Ich bin im Haus reingegangen. Okay. Hier, wer ist der andere mit dem grünen Rucksack? An der Mauer, bitte. Einmal umdrehen. Komm mal her. Ja, davon habe ich eingesehen, 12 Uhr. Da, wo ich ging, die Mauerlauf, ist das einer von uns gewesen, weißt du, oder was? Schuss, Schuss. Nee, weiß ich nichts. Okay, ja, dann habe ich da gerade hier in den Birkenwald vor uns ein Speer gesehen. Birkenwald? Auch grüner Rucksack wie deiner. Himmels Richtung... Müsste Osten sein, oder? Direkt hier vorne an, als ich denke mal, der gehört wohl zu uns. Aber man weiß es nicht. Er ist von hier weggelaufen, sozusagen. Wir waren gerade an Birkenwald und wir haben keinen gesehen und wir haben... An dem unteren Birkenwald. Salam und ich sind ja an dem unteren Birkenwald, an dem Holzzauern, an dem grünen Haus. Der untere, da sind wir am unteren. Ja, wir waren gerade beim oberen. Schamlippe 117, willkommen bei JazzmanTV. Ich habe eine Schamlippe. Glückwunsch, GZ. Danke. Doch, die einzige Mitte des Rest des Jahres. Ja, das sieht so aus. Am Birkenwald ist aber nichts zu sehen. Der nicht vergessen ist aber ganz schön kleinlaut geworden, seit ihr in die Loki bei mir im Chat war. Wer war das denn jetzt? Hat nämlich nichts zu der Frage geantwortet von Loki. Nee. Wer war das denn jetzt? Der nicht vergessen. Oh, war klar. Der böse Bub. Grumbi, Bewegung oder nicht? Ja, ich bin für Bewegung. Wo bist du? Der B-Haus? Direkt neben dem Deer-Stand. Ich nicht. Der B-Haus wird geredet in Game. Kannst du das mal laufen? Kannst du eine von beiden machen aufnehmen? Kannst du eine von beiden machen aufnehmen? Wie ist denn? Hatte jemand den Telly im Blick? Die kann ich aufnehmen und die haben er. Ja. Geht auch. Du bist doch vorhin ausgezogen, dass du mich doch getötet hast. Kannst du wieder an der Baumgrenze runterlaufen? Ja, ja. Runterkommen los, ich folg dir. Auf jeden Fall wurde hier beim Klavier-Haus geredet in Game. Gerade konnte ich sie zumindest schon mal auswechseln. Du guckst ein bisschen in den Berg rauf. Ich krieg noch ein paar mal F2. Vielleicht klopfen. Das sieht halt echt doof aus. Ja, das ist doch nicht so. Das hast du bestimmt noch. Gebt dir Mühe. Ja. Ich hoff's. Da steht ein LKW. Weil es jetzt nicht klappen soll, der fliegt. Der ist eben zusammen mit dem Rechner runter. Durchs Fenster. Spieler beim Bus? Direkt neben der Straße. Ich, ich, ich. Du wirst auf jeden Fall woher die kamen. Die hier die ganze Zeit stressen. Benni voll unter Strom. Ich will denken, Junge. Rechts oder links von uns, Junge? Du bist viel zu rechts von uns. Du bist viel zu geschresst. Nein, ich bin ein Killer. Wer sagt, hat gesagt, dass er ein Killer ist? Der Benni. Benni, ach so. Benni? Benni ist Kind. Benni hört sich ein bisschen an wie Captain Miller. Ja, habe ich auch gedacht. Ah, hör auf, Junge. Junge, Junge. Nein, stimmt technisch voll. Du hast so einen Quatsch. Ich glaube doch tatsächlich die Baumreihe im Blick behalten. Wir stehen hier am Birkenwald. Kurz vor dem Birkenwald. Am grünen Haus. Das ist wahrscheinlich der LKW von der Winchester. Links vom Deer Stand. Links vom Deer Stand sind wir. Da steht ja, kommt ja die, naja, halbe Feldstraße runter und da steht LKW. Den kennen wir doch. Südlich vom Deer Stand. Ja, südlich vom Deer Stand, ja. Ich sagte, den einen Deer Stand müsste man kennen. Wenn ich da rechts oder links sag, ist es schon... Der kommt drauf an, von wo du guckst. Ja eben. Aus der Stadt raus ist immer von der Stadt raus. Ja, mein Fühlings. Opa? Opa? Ja? Oh, wenn du jetzt hingelaufen bist. Da, wo du entlang gelaufen bist, beim Backsteingebäude, ja. Also dieses Bargebäude. Dahinter ist ein Zaun. Ja, bei einem schwarzen Haus. Hinter diesem Zaun war Bewegung. Ja, ich sehe dich. Höchst du am Zaun? Ähm, am Zaun? Ah. Bist du über die Straße rüber? Nein, ich habe keine Waffe da. Ähm, aber er hat drückt, als hätte er eine. Drück mal G. Was will ich drücken? G wie Gustav, da schmeißt du dann Granaten, alles, was du in der Hand hast, schmeißt er. Du bist nicht über die Straße rüber, ne? Nein, nein. Ich bin links neben der Straße. Warte, ich probiere jetzt nochmal. Ich habe einen grünen Rucksack von euch. Ich. Ich? Okay. Da kommt drauf an, was für einen grünen Rucksack ist. Schmitty, 1970, willkommen bei Jasmine TV. Und ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Der Schmitty. Ach, da bist du. Da ist auch heute noch da. Ah, ja. Ja, ich bin bei dir. Jetzt habe ich wieder diesen Modus. Ah, nein, jetzt hat er es wieder weggelegt. So ein Vollhunk. Nordländer. Vielen Dank, bei... Was macht er denn jetzt? Ihr habt doch nur einmal getrickt. Ausrufezeichen Multi, geht zu den anderen Streamern, Follower dalassen. Und bei mir dasselbe, Ausrufezeichen Multi. Genau. Alles richtig geile Typen. Wir haben es verdient. Wirklich. Ich glaube, beim letzten Mal war ich um diese Uhrzeit schon tot. Ähm, kann sein, ja. Danke für Follower, Dankeschön. Das könnte Spongebob-Waffe sein. Unsichtbare Bootsmobil-Waffe. Jungen-Fahrer. Hauptsache, sie töttet. Tötet sie alle. Ich glaube, jetzt hat er es, glaube ich. Hoffentlich, bitte komm. Nein! Du bist jetzt in die Hand. Ich habe hier einen kaputten Lambo bei mir. Ja. Vor allem hat er jetzt meine Waffe weggepackt. Ich sag mal so, wenn er kaputt ist, erschießen. Was ist denn mit dem Kili? Marcelo? Mg, ja. Ja, grüß dich. Also meine Blaze habe ich schon weggepackt. Wo bist du? Kommst du irgendwo wegen deinem Lut? Da ist er noch. Ja, ich war erst Cherno-Spawn und dann in der Höhe von Kamichou. Scheiße, der steht direkt neben mir. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich versuche, mich zu beeilen. So, falls du noch einen Scope brauchst, in dem Deer-Stand ist noch eins drin. Also bei mir ist es ja selb, aber... Wambi? Ja? Wo bist du? Oh, ich bin auf dem Hügel gespawnt bei Keren direkt. Ich komme hoch. Ja, nice. Ja, ich sehe dich. Hast du ein Glück? Nein, doch nicht. Sieht nach Cherno aus. Ach, sah so schön aus. Hier ist auch keine Bewegung. Jetzt sind wir auch schon, der ist hier, oder? Na, guck auf jeden Fall die Baumreihe da vor dir, ne? Über die Freifläche. Naja. Ach, das ist doch scheiße, ey. ZioCeaser5001.de. Vielen Dank für deinen Fall. Willkommen bei ChassmanTV. Naja, ohne Relog geht es nicht. Keine Chance. Nein, das X ist noch keiner gestorben. Ich renne jetzt mal zu mir. Weder von den Streamern noch haben die irgendwie irgendwie angefühlt. Ist doch gestorben, oder nicht? Nein. Ich bin rausgeflogen. Hyping. Schuss. Schuss. Linke Seite SKS. Doppelschuss. Norden. Ja. Norden. Norden. Vielleicht nordöstlich, aber ganz leicht. Wir kommen nicht genau in Ordnung. Aber schwerer Beschuss gehört. SKS und was anderes? Winchester. SKS Winchester. Das kreien sich gerade gegenseitig ab. Käpt'n Miller, Alter, jetzt mal ehrlich, Leute. Ist der Käpt'n Miller bei dir? Greift euch. Mikropower und Käpt'n Miller haben mal den Teddy. Die übelst unterschiedlich sind Stimmen. Wer hat den Teddy? Ich bin ja froh, dass ich den Teddy in der Tasche habe. Ich habe den in der Tasche. Okay, spielt der mit? Weiß ich nicht, ob... Na, ist auf jeden Fall nicht mit... Naja, das reicht nicht. Das muss bei Opa im Teamspeak, äh, im Chat sein, bitte. Ja, ja, schreibt das auch nur. Ja. Dann hör mal auf damit, bitte, ja. Womit? Ja, der seinen Zuschauer da mit dem Schreiben. Ach, das ist so viel Spaß. Ekelfreund. Die lenken dich ab, mein Freund. Jetzt bist du für eine Sekunde nicht mehr obachtig gewesen. Ähm, bei drei Minuten Delay ist das scheißegal. Du, 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 du. Du hast die besten da gerade vom Stuhl gefallen. Oh, klar. Glory, bist du noch da? Ich bin normal, ja. Okay. Das ist gerade anders, wenn du vom Stuhl gefallen. Dann muss ich jetzt bei dir aus. Okay, wir müssen uns mal wieder bewegen. Alter, ich brauche einen Re-Log, sonst funktioniert gar nichts mehr. Meine Waffe wird auch schon weggepackt, die Blaze. Du wirst nicht wieder drauf kommen. Ja, das ist das Problem. Wir sind nur noch zu neunt, ja. Nee, Blue ist es nicht da. Aber es ist keiner gestorben. Nee, Loki ist auch drauf, oder? Ja, da muss ich die Leute halt umboxen. Loki. Meine ich doch, Loki. Wirst du drauf? Zu rumgehen, oder? Nee, Loki ist nicht drauf. Hau, okay. Ich renne mal da hoch, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ich hätte da mal Ideen, ne? Ja, wir sind eine Stunde, 40. Schmeiß alle runter, die keine Streamer sind, und wir fangen von vorne an. Du kannst... Du glaubst nicht, wie schnell die hier sind. Klaue, wo bist du denn? Ähm... Das funktioniert ja der Multi-Befehl gerade nicht. Oben ein zum Grünhaus. Warum? Wie sagst du deinen Scheiß nicht in der Stadt abgelegt und rufst du als Bambi hoch? Boah, Schritte bei mir, Klavierhaus. Ich bin als Klavierhaus. Kann man am Server Passwort endet, ohne dass man neu starten muss? Nein, nein. Nein, kann man nicht. Klar, super. Das solltest du eigentlich wissen. Keine Ahnung. Oh, du wreckst dich, dann habe ich noch einen Follow. Nein, weiss. Lambo, komm mal runter zum Klavierhaus. Ja, mach ich. Geh da rein. Geh oben rein dann. Lauf, boy. Zwei Streamer schon ausgeschaltet? Echt? Wer? Nee, zwei. Einer ist vom Server runter. Weil die sich selbst ausgeschaltet haben. Dope-Killer hat's erwischt. Dope-Killer? Okay. Ist das ein Streamer? Nein. Bitte, bitte, du musst meine Mods bitten. Ich weiß nicht, ob der Trommiker noch wach ist. Falls wir das Passwort, also der Gewinncode hier in meinem Chat, ich habe gezeigt, dass wir das Klavier hat. Ich habe hier in die Stadt laufen. Das bin ich. Okay. Komm, kam es von der Scheune? Jawohl. Okay, ich bin jetzt oben drin. Alles klar, ich komme. Das Passwort ist Penny. Du musst noch so überlegen. Mach ich mal unten auf. Oben bist du? Ganz oben, ja. Ich bin hier hinter dir. Wer ist das denn hier? Und der hier? Du hier, ne? Ja. Genau. Alles klar, ist das? Oh, schüss. So, warte, jetzt nackig und dann kommst du wieder. Ist unten drin einer? Wer sitzt unten drin im Klavierhaus? Ich. Du gerade auf mich geschossen? Nein. Nee, oben wurde... Der hat mir ein Headshot gegeben. Erledigt. Also, für alle Leute, die Kelm nicht finden. Kelm ist oberhalb Bärenzino. Lambo, ich habe mich jetzt komplett ausgezogen. Jo, jo, danke. Denk gerade. Ach, hat einer von euch gerade den... Ich habe den Lambo geschossen. Ah, okay. Ah, nee. Ich bin in der Wasser. Also, so hat mir nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich hier von einem anderen, ähm, nicht-Streamer getötet werden. Keiner wollte nicht sein. Da hätte ich dich auch töten können. Ja. Du wolltest getötet werden. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin schon direkt gespawnt. Haha. Boxstar. Das sage ich doch, die meisten spawnen sowieso hier, äh, Bärber. Ja, ich bin nur am Hammer. So, da hat der Opa wenigstens für einen Kill gemacht. Ah, es geht schon, Opa. Aber das falsche. Danke. Das ist egal. Kill ist Kill. Hab ich die Ehre. Das habe ich beim letzten Mal gesagt. Kill ist Kill. So habe ich drei Kills gekriegt. Boah. Weil ich zwei Fliebungen sofort habe. Ja, das ist egal. Also, es fing an eben bei dir mit einem Bug, wo du beide Waffen auf dem Rücken hattest, ja? Ey, wo ist noch mal die fünf Cent? Nein, nicht weiter. Weiter? Ja, weiter. Hier passt jetzt sowieso nichts. Das sagst du so, ich muss gerade meine Dampfer auffüllen. Hier passiert gerade was. Ja, dann füll deine Dampfer auf. Gut, dann fülle ich meine auch auf. Na siehste. Hauptsache uns schützt einer. Ja. Ist in dem Dorf immer noch nichts los? Ich sag mal so, Ausrufzeichen. Nee, überhaupt nicht. Ich guck dir nicht zu. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ich kenne sowieso nicht. Du bist gerade gerettet. Ich kenne dich ja nicht. Du bist ja fame. Ach, Wombi, was ich dich eben schon fragen wollte, ne? Wie sind eigentlich deine Einstellungen bei Daisy? Ich habe immer noch kein Highlight dazu gemacht, ey. Ich schon, bei mir muss ich nur Ausrufezeichen Daisy eingeben, dann kriegst du einen Videolink. Schamlippe. Einser, einser, einser. Ich bin da ein bisschen zu agro rumgerollt. Ja, so sind die Schamlippen. Guck, da springt die einfach weiter. Gerade war sie noch hier. Zack, geht die weiter. Die alte Schamlippe. User joined your channel. Ah ja, so sind sie. Heulose Schamlippe, du. User joined your channel. Sehr geil. Oh, du bist so langsam geht's bergauf hier. Was ist los? Leute, alle hier auf dem Server joinen. Passwort drinnen. Ja, Jungs, ich kann auch nicht mehr schießen. Wir sind in Käpt'n. Auch du gehst halt uns für dich. Ich hab auch diesen Bug mit dem doppelten Waffen auf dem Rücken. Was ist los? Man hat was getrunken. Weil die den Server zuspammen. Okay, Locki. Das ist auf jeden Fall inakzeptabel. Du musst die aktiv zurückkommen. Ja, was soll ich machen? Die Spam ohne Ende. Ich krieg eine Server-Fehlermeldung nach der anderen. Ich hab alles auf Lockison gewettet. Er muss als letzter Streamer überleben. Das ist ne Wette. 1000 zu 1. Also ich würde einfach sagen, wir überleben alle. Weil die Leute... Ich glaub, es war auch fast. Angegern für's wohl. So, Megal. Ja, von mir aus kennen wir. Ja, von mir aus kennen wir auch. Ich warte ja nur auf dich. Schon seit einer Stunde. Die Mito gehen runter. Das ist ein Baum. Geh an dem Baum vorbei. Du bist zu dick, um dadurch zu sprengen. Kurze Frage an meinen Chat. Jemand aus meinem Chat auf dem Server? Der kann grad nicht antworten. Redet ihr ingame? Wer ist denn bei mir im Klavierhaus? Ja, 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 hab ich. Wie hab ich? Ich hab ihn gern geredet. Hedgehogfrau. Frankie, hallöchen. Ja, sieht so aus. Gibt's schlüsse? Warte, 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 warte. Südlich aus. Ich krieg das hier nicht wieder aufgehoben. Oh, Gott. Frankie schreibt bei mir gerade, natürlich sind welche down, Nerdculture und Dopekiller. Ja, ja. Ja. Und dass sich die Jäger selber ausschalten. Ja, derzeit bin ich auch grad hier. Kannst du nicht? Mach's grad an den Kartenraum. Ja. Das ist so, aber bist ja immer so gewesen. Tschüss. Ich muss den nächsten Mal erschießen. Ja, der Opa hat es heute. Oh, ich glaub, das funktioniert. Opa 2 geht. Jetzt Hausauber auf die Kacke. Das ist vorher vielleicht auch an. Ansagen. Das wär' ne Idee. Ach, solange denn nicht alle Käsefüße hier bei mir oben lagerst, weil ich hab hier schon zwei, beziehungsweise vier. Und es riecht schon extrem. Ist das überhaupt noch Luft? Nee, ich krieg kaum noch Luft, denn die Fenster sind nicht geöffnet. Es ist schon ein bisschen Follower und schon gelohntet. Und es ist schon ein bisschen extrem hier oben. Also Opa, bitte in nem anderen Gebäude. Und die Leute töten. Mach mal kaputt. Ja, ich bin schon sehr dankbar. Unten liegen nur Leichen rum. Was ist denn los? Ich hab schon Duftkerzen angemacht. Ich bin gleich wieder da. Wir nehmen die Leichen, zerteilen die, setzen uns an den Wurst, machen Lagerfeuer und grillen die Leichen. Ich hab kein Messer. Vielleicht hat der andere Messer, warte. Ich hab ein Messer dabei. Opa? Ey, du hast doch kein Messer. Ich hab ne Vermutung. Bitte? Nach 1.30 ist noch nix passiert. Die verbinden sich. Die kommen nachher mit allem Mann. Ich hoffe, dass die Klaus aufgelassen hat. Das kriegt trotzdem keiner den Teddy. Wer ist bei mir im Klavierhaus? So, ich geb mir jetzt den Teddy und ist mir scheißegal. Danke für deinen Follow. Hast du mich ausgezogen, ja? Ja, komplett ausgezogen. Danke, meiner Nacktheit. Deine Nacktheit? Ja, ich bin Bambi. Ey, 1.35 noch. Opa? Heftig. Klavierhaus? Unten, ja. Nachladen? Irgendwie ist es mir langweilig. Ich lass mal weitergehen. Okay. Wir müssen sowieso die Position wechseln. Ja, lass noch Elektro gehen. Ich zehack mal hier diese kleinen Bambis hier. Ekelhaft der Geruch. Mir hilft hier schon ein bisschen. Oder wollen wir in Kamisho, wo Bambis killen? Na, nein. Also, ich wäre ja noch für die Idee, dass wir sagen, wir nehmen den Teddybär und laufen die Küste runter zu uns entlang und die müssen uns handeln. Ey, wenn das Event rum ist, also in einer Stunde 32 circa, Pi mal Daumen, ja? Lass den Teddy aufnehmen und dann machen wir hier The Walking Death. Ja. Und ist es ein Bambi? Herzlich gut, dann. Bist du, oder? Wenn die Zeit wirklich vorbei sein sollte. Bambi, du. Also, ich bin ein Bambi und renne hier rum, aber... Siehst du mich schon, oder was? Ja, ich hätte dich jetzt abgeknallt. Wäre nicht so schlimm gewesen. Pass mal auf, da ist ein Scherner. Komm wieder, keine Frage. Dann wäre ich ein Scherner geblieben. Ja, ist nicht schlimm. Ich hätte euch gedeckt von Scherner. Bei mir, Chad, meckern sie schon. Die soll jetzt endlich den blöden Teddy holen. Hey, wenn die Zeit vorbei ist, dann würde ich sagen, gehen wir alle zusammen komplett einfach vor nach Perecino. Genau, und jeder, der dann schießt und alle geschießt, wird gebannt. Ja, man, genau, definitiv. Wir verteilen heute noch Lifetime-Bands auf dem Server. Also, es war ja noch nie leichter in eine Stadt zu kommen, die komplett umstellt ist. Aber da ist ja noch kein Mensch da irgendwie. Also, ich bin jetzt direkt hier jetzt vorm Klavierhaus. Jetzt ist ja nicht mal Stress in Bären, weil das würdest du ja auch hören. Ah, Klavierhaus, Türe. Habe doch gesagt, ich bin da. Als Bambi. Als ich kenne den nicht. Ich komme jetzt. Ich glaube mal. Soll ich anklopfen? Nee, ja, schne. Ja, klopfen an. Nein, schon mal anklopfen. Okay, sag mal, bist du gespawnt? Soll ich Passwort sagen? Da kann ich schon wo, da hat noch. Passwort? Penny. Penis. Nee. Penis? Pistol. Pistol. Penis. Penis. Das Wombat. 1.600. Boah, alles ruiniert, alles ruiniert. Ich schaffe den Kopfschuss. Opa, Opa, Opa braucht eine Brille. Kopfschuss, alles ruined. Was ist eigentlich mit Bassola? Kommt der heute irgendwann noch an? Ich sage, er hätte es in den Fuß geschossen, hätte es einen Kopfschuss. So Männer und Frauen, ein klein bisschen Konzentration. Und Opa, von meiner Seite, supergeile Sache. Dein Event läuft einfach. Ja, also, an die Community von der DGS und die komplette DGS-Crew, von meiner Seite vielen, vielen Dank für so ein geiles Event. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Mal Rapier auf. Oh, geil, ist schon cool da. Ist von euch jemand am Gear Stand? Nope. Das Problem ist beim Gear Stand, ich kann nicht auch sehen, weil ich mir nicht trau. Hey, Moment, steht mal irgendeiner bei euch da am Feld an so einem Pool? Ich stehe. Unterhalt vom Gear Stand? Nein. Nein, das ist viel weiter. Das war ein Spiel. Ja, dann knallen ab. Wie lange noch? Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Keine blaue Armbände, knallen ab. Sehe ich nicht, deswegen frage ich einen. Dann knallen ab. Detail ist, euer 1,30. Wenn sich jetzt einer gleiche Lächeln sich jetzt beschwert, dann war das einer von uns. Oh, 1,30. Ich habe gerade erst. Was, so lange noch? Das kann nicht sein. Doch, ist so. Wir haben die Hälfte der Zeit überlebt. Ich sagte, die kommen auf die letzten 30 Minuten. Du bist ne Arschwein. Ja, so wie immer. Das ist eine Bombe. Ich glaube, wir werden das alle komplett überleben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass loggen sich grundsätzlich immer als erstes die ein, die sich nicht equipt haben, gehen sich equipen und kommen dann erst zum Schluss zu uns. So, ich gehe jetzt raus aus dem Klavierhaus. Easy. Ja, wun. Ich habe wieder ne Waffe. Was ihr alle nicht wisst, wir haben ein Zweit-Account, wir sind auf einem ganz anderen Server. Wir sind gar nicht auf dem DGS-Server. Man sagt doch das nicht so laut. Der Hälfte der Zeit kann man das ruhig schon mal sagen. Ihr müsst auf dem Server herausfinden, auf dem wir sind. Und wir sind natürlich alle anders benannt. Ich heiße übrigens Pissflitsche, ne? Also wenn ich so, Pissflitsche. Wombard weise ich Ausrufezeichen Snickers. Ich bin die Muschigurke. Captain, Captain, das Niveau sinkt. Juhu. Boah. Wombi, das muss ein bisschen scheiße aus. Wombi? Wombi, jetzt muss er von euch schon mal ein Kill oder so. Jo, wo bist du? Ja, das ist Gerold. Jo, EC, wo bist du? Aber hast recht. Ähm, hier. Ah. Hinter dir. Ah, ganz genau da. Äh, von hier sieht man ein bisschen besser besser. Ja, okay. Wer hat eigentlich das geile Dorf ausgesucht? Äh, Opa. Opa, geiles Dorf. Ja, super. Du bist besoffen. Oder ich? Betroffen, besoffen. Der ist auch so, wenn er nix getrunken hat. Reicht er. Kann ich bezeugen. Ich seh nur Baum. Ähm, ich seh den Holzzaun. Ähm, ich seh Berenzino. Ich seh den Fenster. Wow. Ui, ui. Chalerm, chalerm. Bei Benni klingelt's wieder. Ah, ihr hört das alle? Na klar. Kommt davon, wenn man mit Kopfhörer, äh, nicht mit Kopfhörer spielt. Ähm, das ist auf Kopfhörer, aber der Sound ist so extrem laut. Kannst du dein Kopfhörer mal vom Mikrofon wegnehmen? Also, die Leute, die mich kennen, die wissen was besser. Ähm, benutzt du den Studio Mike, ne? Also, ist eigentlich weg vom Kopfhörer. Ja, bitte. Schauen wir woanders hingehen oder hierbleiben? Ich fühl mich wohl hier. Ich hab mich eigentlich auf eine spannende 3 Stunden eingestellt. Ich geh mal pullen. Okay. Alles klar, dann bleiben wir halt hier. Ganz so viel Erfolg, aber viel Erfolg. Okay. Ich bin mal eben Pipinien. Ich bin sofort wieder da. Rest in peace. Pipi. Darf ich, warum wir töten? Alter. Wow, 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 wie hat hier jemanden gefollowed? Das war der Admirer. Oder die Admirer. 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 Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, wenn ich... Ja, ist voll richtig. Ja. Vielen Dank für das... Das ist vollkommen richtig. ...kontal geile Follower. Multi Link von unserer Pose hier. Mein... Danke Opa, ist mein Himmel verschimmelt. Äh, mein... Mein Helm verschimmelt. Voraus steh ich? Ähm, ich komm ins Klavierhaus rein. Hättest du mir nicht den Helm... Hättest du euch sagen, kann ich... Ihr kommt da rein. Hallo, hör auf mich. Code word. Keule, äh, zu erklären, Lambo ist nicht durch Spielerkontakt gestorben, sondern durch, äh, oder... Opa. Weißt du, hätten wir nicht sagen können, ich... Weißt du, er hat ja nicht mal gesagt, dass er mich killen will oder so. Der hat einfach nur gesagt, ey, komm mal her, ins Klavierhaus. Ich dachte, er wollte mit mir reden oder so. Nein, da schießt mir einfach den Kopf. Komm mal her, mein ich, weil wir müssen reden. Das ist mein Channel ruiniert, ey. Ja, ich wüsste bei Opa, darfst du nicht drauf hören, der will einfach nur killen. Ja, das hab ich schon gemerkt. Opa, ist immer du um die Aktion krank, wo du bist, Elektro? Was sagst du? Ähm, Lambo? Ja, bitte. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Action, würd ich sagen. Ja, ich komm hoch, ich komm hoch. Action? Wir gehen da jetzt mal ein bisschen, den mal ein bisschen entkicken, ja. Wir grafen mal die, ähm, äh, Klavierhausen. Ich wär, ich wär voll dafür, dass wir da hinten auf den Berg, den umlaufen und dann auch von hinten hochrennen. Konzentration, bitte. Drei Minuten Zeit. Okay. Mitteln, nicht. Ist Hossi wieder zurück? Naja. Ich hab nicht alle nervös hier. Gehen die Türen auf und zu. Oh, ja, ich geh wieder. Oh, ja, krass, siebel. Das ist, glaube ich, auch aus. Hey, hinter dem Heuballen, warte, hinter dem Heuhaufen ist was. Hinter dem Heuhaufen ist was. Hier, hinterm Heuhaufen. Ganz genau. Genau hier, hier. Nordosten. Hier, hier. Scheune, Nordosten. Hinter dem Heuhaufen. Nicht Kackhaufen, Mann. Heuhaufen. Hey, wie viel hier, darüber lachen wir. Welche Heu auf, wie ich bin hier. Da ist einer, definitiv hinter dem Heuhaufen. Ja, dann tötet ihn jetzt und hört auf zu lachen. Nee. Ja, nervt langsam, aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, was da los ist, echt. Admin, du bist gestorben. Belly, du bist leise. Ich? Ja, das geht's höher. Siehst du was? Nein. Soll ich mal hinten rumlaufen? Bitte nur rumlaufen. Warte immer noch, ob das rumlaupt ist, das ist ein Luthuis. Schau das? Ja, ja, ja. Kann ich überhaupt zielen? Ja, gut. Kannst ja dann. Kurz zu wissen. Ja, ja. Das ist schwer. Okay, kannst du bitte Trupa kicken? Kein DGS davon. Okay, ich spiele in der Tanne hinter der Scheune, da wo wir gerade gesagt haben. So, Trupa, leider wird es gekickt. Kein DGS von deinem Namen. Schüsse. Bombi links von uns. Siehst du was? Ja, er läuft hoch. Er liegt. Danke fürs Follow, Dankeschön. Das ist ein Chessman drauf, der hat auch kein DGS davon. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn einmal getroffen. Ist der hochgelaufen von dem Busch? Ja. Er ist jetzt in den grünen Tannenwald. Ich will einen Follower, Dankeschön. Hallo, ganz ruhig. Jetzt keine Follows. Bombi, bist du neben mir noch? Ich bin noch neben dir. Du weißt, dass links von uns gerade Kontakt gemeldet worden ist. Ja. Können wir gerne hingehen. Easy hat einen erwischt. Aber ich weiß, ist der tot oder? Nicht getötet. Nicht getötet. Grüne Taloon, Backpack. Richtung Beere, also Richtung Meer, ja? Jawohl. Als ich ihn gesehen hab, war er komplett schwarz. Ja. Schau, 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 schau auf mich. Nicht gehört. Links von uns. Es geht, ja. Also nur in unserer Leichtung, ja? Richtung Start ist der Komma. Ja, ich hab auch gehört. Easy. Hey, das ist direkt hinter uns, Bombi. Ich hör gar nix. Auch hinter uns. Hinter uns ist es. Schau mal auf den Brunnen, siehst du mich? Jetzt bin ich in dem Haus. Ich sehe das grüne Haus. Von mir aus gesehen, nee, von dir aus gesehen, links oben. Du denn? Bist du schon weitergelaufen? Mh, mh. Da, Grün ist so aus. War denn so aus? Ey, Easy? Ich lauf ein bisschen zurück und lauf hier, äh, mal rechts außen rum. Jetzt hab ich, äh... Wohin, Bambi? Hier schon Bambi? Weißt du's? Ja, ja, das bin ich, das bin ich. Ah, okay, okay, okay. Ja, Entschuldigung, wir waren hier grad voll am... Ja, viel zu viel am Reden seid ihr. Ja, ja. Jetzt ist tot, ich seh dir. Das ist gut, dann, nee. Oh, ich werd beschossen, ich werd beschossen, ich werd beschossen. SGS, ich werd in die Richtung. Ich hab ihn nicht gesehen. Nicht gesehen, keine Ahnung. Ich werd wieder ein bisschen zurückgehen, komm, Lommo. Ja. Mh, Bambi? Ja. Der Bericht war, aber der Zähnekoron ist immer noch links von uns, ne? Bin mir nicht sicher. Der Schuss ist gerade. Der Schuss war jetzt genau hinter uns. Äh, beim Wurst? Ah, okay. Der muss beim Wurst erstens gesessen sein. Glocken King, schon genannt. Oder? Opa, war's zu, Carlo, oder? Ja. Wo bist du hin? Ich glaube, ich aus. Ich, 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 ich. Ichi. Ja. Wo bist du? Immer anmelden, bevor ihr reist. Ähm, an dem... Aber es ist... An dem dunklen, äh... Wachenhaus, an dem langen. Du, Frau, tötet das. Macht's weg. In dem Zaun. Okay. Wie lange bleiben die Sachen auf dem Boden liegen, bis man sie bewegen muss? Bevor sie dispawn. Und bis es irgendwo neustart. Na, habt ihr schon was anderes gesehen? Noch zumindest. Also ich hab die Blechhütte hinterm grünen Haus aus der Stadt raus Richtung Beere, die hab ich im Blick. Du musst die Klamotten ab und zu mal bewegen, sonst, äh... Also ich hab die Klamotten zweieinhalb Stunden nicht bewegt und sie waren immer noch da. Ja, okay, dann ist es halt glücklich. Dann klärst du dich nie mal eine Baumreihe weiter. Ich seh hier nix. Als Zeit ich ihn vorhin getötet hab, hab ich null Bewegung von den Klamotten gemacht. Und er hat sie jetzt im Moment abgeholt. Ey, du hast eines Sneakers vergessen. Ja, aber er ist ja auch direkt daneben gesporned. Gesporned? Nee. Gesporned, ja. Eben nicht. Wart schon seit über zwei Stunden, dass er seinen Loot abholt. Aha. Zwei Stunden, jetzt übertreibst du aber. Ehrlich? Wo? Zwei Stunden läuft mein Stream gerade. Zwei Stunden hier in dem Gebäude und warte. Lambo, wo bist du gerade? Ähm, ich bin am Waffenhaus links. Davon. An dem, wo du warst. Okay. Am Zaun vorne ist. Bitte, dann lass das Riebchen hier rauf. Hm. Komm, wie hast du dich bewegt? Hm, ich stehe hier in der Tanne. Ich bewege dich aber nicht. Ich bin ja echt doof am Stehen. Ich renne noch ein Holzwerter vor. Wir müssen uns aber langsam erschrecken, Wami. Ähm, ja, müssen wir. Boah, du bist das hier. Oh Gott sei Dank. Ja, ich bin ich. Ja, ja. Ähm, sollen wir in die grüne Butze rein? Hm, grüne Butze? Ja, direkt vor uns. Oder sollen wir in die Baumreihe weiterhaufen? Ich würde lieber draußen bleiben. Ich will nicht in die Häuser. Wer ist das hier mit dem orangenen Rucksack? Ich. Hast du... Richtung Beere hast du geguckt, ne? Da ist nix, ne? Auf dem freien Feld. Auf dem freien Feld. Es war gerade nichts. Ich kann noch mal gucken. Ich bin voll dafür, dass wir das jetzt noch mal ausprobieren. Was wir hier vorher vorhatten. Was hältst du davon? Der scheint ruhig zu sein. Da, wo wir den praktisch hingejagt haben. Ja, genau. Der steht beim Brunnen. Der steht da schweiß aus. Der ist beim Brunnen. Geiß aus. Oder wir gehen weiter nach links. Wie auch immer. Ah ne, da sind wir mittendrinne. Warum bitte gibst du vor. Ich laufe dir nach. Ich bin ungern jung. Gut, dann lass zu der Birkenreihe gehen rechts. Die sind in der unteren Birkenreihe. Untere Birkenreihe? Ich guck gerade auch mal. Ja, die seht ihr von der Stadt aus gar nicht. Oder wahrscheinlich nur schwierig. Jetzt noch eine Stunde, oder? Eine Stunde, 18 Minuten. Genau. Wollen wir das nicht ausweiten, indem wir sagen, wir laufen nach Novi? Keine Ahnung, weil ein bisschen empty, oder? Bewegung reinbringen. Ja, so muss das auch sein. Man muss sich ja auch ein bisschen konzentrieren sein, Freund. Sonst bringt das nichts. Ja, ja, konzentrieren, aber es kommt ja keiner. Auf geht's, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, mach ich jetzt gar nicht. Warte mal, shit. Was, du? Ob man nicht irgendwie so ein bisschen inland laufen Richtung Novi? Weißt du? Einer hat den Teddybär. Da rest du's. Vielen Dank für deine Donation. Haut den Wachst du herzen in die Ohren. Dann machst du alle fünf Minuten währenddach. Währenddach, währenddach. Kleiner als drei. Ja, auch das muss auch vorher angekündigt werden. Das haben wir auch jetzt. Was denn, was sollen wir anmelden? Und wenn man das jetzt so spontan machen, dann passiert gar nichts mehr. Genau, wir warten jetzt irgendwann bis... Ja, das passiert gar nichts mehr. Die brauchen ja schon drei Stunden, bis sie zu uns kommen, bis sie an die Stelle hier kommen. Und dann, wenn die uns noch suchen müssen, dann dauert das noch bedeutend länger. Dann passiert heute gar nichts mehr. Die bekriegen sich jetzt gerade alle auf dem Weg hierhin und sind alle übervorsichtig und laufen durch die Wälder und weiß ich, in Europa laufen sich dabei. Lambo und ich laufen gerade nach Nordwesten in den Tannenwald hoch. Ein bisschen. Mein Schmarrost. Sorry. Da kriechen zwei, was fällt. Da kriechen zwei, was fällt unter der vierten Reihe. Wir sind's nicht. Kann ich nicht. Ich stehe hinter der Wand. Wo, 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 wo? Das ist zu weit weg. Das sind zwei Ghillies. Ähm, Nordosten. Unterer Birgenwald, zwei Stück, ne, mitten auf der Wiese. Nordosten. Ja. Richtig, ich stehe, ich stehe, ähm, ich stehe, wo stehe ich denn? Opa, da, wo wir die ganze Zeit stehen, hinter der Mauer. Ja. Mehrseite? Ja, mehrseite. Ja, muss ja. Aufgrund von dem Feld oder in der Zwischenbaumreihe? Die, äh, sind auf dem Feld. Hier keine Bewegung. Ne, entweder dieses Feld oder das Feld hinter uns. Ähm. Weil wir sind im, äh, wir sind Mehrseite. Wo bist du hier? Ja, die andere Seite ist auch Mehrseite. Kommt auf die Position wieder an. Ich bin zurück. Hier zurück. Warte mal in diese Richtung. Lass mal in die andere Richtung gucken. Also kriechende Ghillies, äh, stellt man abknallen, ne? Ja. Ich sehe aber keinen. Siehst du keinen? Nö. Weil, darfst du die Birkenbaumreihe nach vorne? Nö, das sind wir beide. Okay. Schwarze Klamotten sind wir. Ich sehe nichts hier. Komm, ich laufe mal vor. Also bei der Seite sehe ich nichts. Ich sehe nichts hier. Bridge-Defain, moin. Kürzlich. Dankeschön, zwei Euro hat er raus. Gerold, geil schön. Dankeschön, haut ihr eine Herzchen raus. Kleiner als zwei. Nachmacher. Ich sehe da keine Ghillies, zwei Stück. Echte Nachmacher. Ach so, Nachmacher. das macht der donation klapperer bei mir der sagt immer kleiner als drei kleiner als drei kleiner als drei und wir kommen immer ist gleich ist gleich ist gleich ist also ich sehe hier auch keine gillies umkriechen das ist auch der sinn eines gillies jungs wenn der kriegt dann siehst du den du nicht ich habe mir auch angeschlichen du hast dich nicht bewegt du hast gesessen ich weiß auch nicht ich lehne mich in dem spiel zur seite und ich mache das auch noch in echt als würde ich dann mehr sehen so blödsinn das macht jeder gibt übrigens hier das ist das kostet ich weiß nicht 200 euro da werden deine kopfbewegungen tatsächlich ins spiel übertragen naja ich bin recht und ja rechts jetzt recht es war zu weit rechts hinter dir ich bin am amt der vogelhaus da vorne nämlich am waldrand aber mal sagen wenn ich meine kopfbewegung sagt aber tragen weiter dann wäre das eine wackelsession da unten ist aber einer waldgrenze einer waldgrenze links von uns läuft gerade das kann nicht sein aufpassen soll guck ist dann läuft das der worin ist beim schuss bei winchester schluss gehört habe ich erschreckt habe ich nicht gehört ein toter wir haben erwischt ja ja sauber soll kommen wir zum piano aus getötet worden ich sehe nicht sehen und ich sehe der rutsch der ist tot ja es leidet solltet dann auch für den fahrer verlassen genau ja bis ich das jetzt gesagt habe und schluss auf mich schluss auf mich schluss auf mich ja 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 ich sehe ich bin tot von wo von schluss war da unten kommt ja ich bin hinter dir ja dann geht es da wieder los und kommen jetzt von hinten unglaubliche eine leute ja danke 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 bist du tot ja das war ich eine leichte bei mir das ist nein ich werde aber geschaffen von wo haben jetzt richtung richtung beranzino runter diagonale alles klar du bist aber in klavierhaus noch oder nein ich bin rausgelaufen weil ich